Berlin, Herbst 1932. Letzte schöne Tage vor dem Winter. Die Menschen stehen auf, gehen zur Arbeit, flanieren durch die Straßen, sitzen in Cafés, gehen ins Kino oder ins Varieté. Berlin bei Nacht ist wunderschön, pleite sind wir außerdem, trotzdem wollen wir umbeln gehen und uns mal Berlin bei Nacht besehen. Aber jeder Dritte ist arbeitslos, wohnt in Mietskasernen oder Baracken, hungert. Straßenschlachten sind an der Tagesordnung, politische Morde Alltag, das Land ist gespalten. Bei der Reichstagswahl im November werden die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler stärkste Kraft. Zusammen mit den Kommunisten unter Ernst Thälmann stellen sie die Mehrheit im Reichstag. Eine stabile Regierung kann nicht gebildet werden. Im Dezember wird Kurt von Schleicher Reichskanzler ohne Mehrheit, ohne Rückhalt. In Berlin nehmen die Straßenkämpfe zu, die Risse werden tiefer, das neue Jahr muss die Entscheidung bringen. Ein Jahr, von dem Tagebücher und Briefe Auskunft geben, Fotos und Filme. Silvester steht vor der Tür. Die Nacht war vollständig ruhig. Ich hatte Widererwarten fast gar nichts zu tun. Gegen zehn wurde der frühere Sanitätsbeamte älter eingeliefert. Er kam in gebückte Haltung und klagte über starke Schmerzen in der Appendix-Gegend. Wetter trocken, doch ziemlich kalt. Kein Schnee. Die Neujahrsempfänge beim Reichspräsidenten verliefen in der seit Jahren herkömmlichen Weise. Aufziehen der Wache, Auffahrt des Diplomatischen Korps, erscheinen der Reichsregierung Rede und Gegenrede. Gott hat Deutschland schon oft aus tiefer Not errettet. Er wird uns auch jetzt nicht verlassen. Und nun wünsche ich dem deutschen Volke ein gesegnetes neues Jahr. Tüchtige Krampfanfälle und Erna Kind heftige Zahnschmerzen, sodass wir Neujahr abends sieben Uhr schon zu Bett gingen und uns die ganze Nacht hindurch anwimmerten. Heute ging Erna zum Zahnarzt. Sehr befriedigt von der treffsicheren Behandlung kam sie heim und war fast schmerzlos. Morgen soll Ernas Behandlung fortgesetzt werden. Als ich heute um fünf Uhr in der Charlottenstraße war, hörte ich Menschen singen. Es waren Arbeiter auf dem Weg zu einer kommunistischen Kundgebung. Ich sah fast nur junge Menschen. 80 Prozent waren unter 30, gezeichnet von Bitterkeit und Frustration. Ihre Kleidung und ihre abgemagerten Gesichter ließen darauf schließen, dass die meisten arbeitslos waren. Ihr Anführer rief ein dreifaches Hoch aus, auf die rote Front. Jede Stimme und jede Faust erhob sich dreimal hintereinander. Ein beunruhigender Faktor ist die Anzahl der politischen Morde. Der fünfte politische Mord seit Silvester wird aus Breslau gemeldet. Kämpfe wurden auch in Hamburg, Erfurt und Aachen gemeldet. Mein Dienst im Krankenhaus verläuft so. Morgens gegen drei Viertel neun gehe ich auf die Station, dann zur Erledigung von einigen Unterschriften zum Ambulatorium. Heute habe ich so 25 bis 40 Patienten täglich zu untersuchen. Mal Ekzeme, mal Gonahö, mal Syphilis. Um acht traf ich Lilly. Wir gingen dann zu Aschinger. Dann folgte das Übliche. Sie wollte Zigaretten haben, aß eine Bockwurst, trank Bier, alles natürlich auf meine Kosten. Und trotzdem, als ich mehrere Biere getrunken hatte, gingen wir so gegen elf zu unserem alten Wirte in der Steinmetzstraße. Es war alles, wenn ich es so nachträglich überlege, wie ein Irrtum. Berlin, dicke Luft. Wir fahren zum Bülowplatz. Die Straße wimmelt vom Mob und Kommune. Lebensgefährlich hier durchzufahren. Aber alles geht gut. Schupo sorgt dafür, dass aus den Fenstern nicht auf uns geschossen wird. Punkt 2 Uhr trifft Hitler ein. Unsere SA marschiert vor dem Karl-Liebknecht-Haus? Eine tolle Sache. Furchtbarer Prestigeverlust für die KPD. Bülowplatz gehört uns. Ich frage mich, ob die Nazis zufrieden sein können. Ihre 15.000 Männer wären in alle vier Winde verjagt worden, ohne den Schutz von 16.000 Polizisten, von Panzerwagen und Maschinengewehren. Am Alexanderplatz waren die Straßen blockiert von Gegendemonstranten. Es war reines Glück, dass der Tag nicht in einem Blutbad endete. Zwei Menschen getötet, über 60 verletzt. 18 Grad Kälte zeigt heute unser Barometer am Fenster. Wie kalt mag es erst draußen herum sein? Ernerkind hat sich hoffentlich nicht das Näschen an der Straßenbahnhaltestelle erfroren. Gott wird das tapfere Mädchen schützen. Wir gingen zu 132 Ackerstraße. Wir gingen zur Ackerstraße 132. Das riesige Gebäude umfasste mehrere enge Hinterhöfe und war fünf Stockwerke hoch. Im zweiten Hinterhof gingen wir die Treppen hinauf in eine der Wohnungen. Ich sah mir die Wände an. Es gab kaum einen Zentimeter, der nicht rissig oder löchrig war. Die Wände waren feucht oder ranzig. Sogar das Holzwerk der Fenster war von Schimmel befallen und von der Feuchtigkeit aufgequollen. Dr. Hess stellte einen Patienten mit Verdacht auf TBC vor. Derselbe war 52 Jahre, hatte in letzter Zeit erhebliche Gewichtsabnahme, Nachtschweiß, blutiger Auswurf. Die Röntgenplatte ergab aber einen Lungentumor, wahrscheinlich Karzinom. Um halb neun traf ich mich bei Aschinger mit Lilly. Sie hatte ein Glas Bier vor sich, hatte schon gegessen und rauchte eben die sechste Zigarette. Unser Gespräch war sehr eintönig. Sie ärgerte sich sehr darüber, dass ich nicht für sie bezahlte. Wir trennten uns sehr kühl. Mit Hitler essen. Politisiert. Hitler wie immer fabelhaft. Mit ihm noch mal Rebellfilm. Aufs Neue erschüttert. Welch ein Wurf. Die Bayern seien Deutsche wie mir. Und wenn wir gegen sie gehen, ja Bruder gegen Bruder. Wir Deutsche, wir sind vorn und vorn, wir werden uns gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Wir müssen zusammenhalten, sorry. Und uns gegen unseren wahren Feind wenden. Auf dem Höhepunkt des Films marschieren französische Soldaten in Tirol ein. Bauern lassen riesige Steine und Holzstapel auf sie niedergehen. Bang, bang, crash. Ein Teil des Publikums jubelte wild, als die Franzosen massakriert wurden. Vor dem Uferpalast war der Andrang groß. Die Ufer gehört wie so viele andere Verlage und Zeitungen Alfred Hugenberg, dem Führer der deutschnationalen Volkspartei. Meine Damen und Herren, es ist niemals mein Ehrgeiz gewesen, ein Redner zu sein. Die Hugenberg-Partei hat immer noch die Hoffnung, mit Hitler eine Regierung zu bilden. Aber der Preis scheint hoch. Viele Intriganten gegen Schleicher sind am Werk. Empfang beim französischen Botschafter François Ponset. Großes Gedränge. Der bevorstehende Sturz von Schleicher steht im Mittelpunkt aller Gespräche. Die Hintertreppenpolitik feiert Orgien. Abends veröffentlichte Tempo eine sensationelle Geschichte. Eine neue Regierung würde gebildet mit Hitler, von Papen und Hugenberg. Ich rief Freunde an, um ihre Meinung zu hören. Einer meinte, Tempo sei nur auf Sensationen aus und ich solle dem keine Aufmerksamkeit schenken. Schleicher gestürzt. Mich überfällt ein Gefühl der Übelkeit, wenn ich denke, dass wir wieder von notorischen Hammeln und Warbonk-Spielern regiert werden. Es braut sich etwas zusammen. Hugenberg hat sich gegen Schleicher ausgesprochen und für ein Kabinett mit Hitler. Was hat das zu bedeuten? Abends Presseball. Viele schöne, elegante Frauen. Ich musste den Presseball für meine Zeitung besuchen. Wer flirtete mit wem? Wer trug vor? Wer begleitete wen? Und wer saß mit wem zu Tisch? Das ist es, was die Leser am nächsten Morgen wissen wollen. Die Stimmung war die merkwürdigste, die ich je erlebt habe. Jeder spürte, was in der Luft lag. Keiner wollte es ganz wahrhaben. Die Regierungsloge, sonst auf diesem Ball von Ministern, Staatssekretären, Diplomaten beschwärmt, war leer. Es ist bedeutend wärmer geworden. Minus ein Grad, leichter Schneefall. Augenblicklich herrscht eine große Grippe-Epidemie. Das Krankenhaus ist überbelegt mit Kranken. Die innere Abteilung hat schon mehrere Zimmer von uns und der chirurgischen Abteilung geborgt. Sie weiß gar nicht, wohin mit den vielen Patienten. Das Ernerkind kam gestern fiebernd heim. Es hustet und prostet schon seit Wochen. Das unheilvolle Warten an den Haltestellen der Straßenbahn und der völlige Witterungsumschlag brachten das Kind zum Umklappen. SPD und eiserne Front-Demonstration im Lustgarten. Über 100.000 Menschen, zahllose rote Fahnen. Vor der Schlossfront ein großes rotes Transparent. Berlin bleibt rot. Der SPD-Reichstagsabgeordnete Künstler sprach. Kommunisten habe ich nicht gesehen, obwohl sie die Absicht gehabt haben, mitzudemonstrieren. Der ungeheure Andrang war bemerkenswert. Es scheint ein Kabinett Papen oder Hitler zu kommen. Leichter Grippeanfall, den ich mit Alkohol und Schlafen bekämpfe. Deutschland, was wird aus dir? Deutschland, was wird aus dir? Neuen Portienzauber. Neuer Ausgabe. Neuer Ausgabe. Neuer Ausgabe. Im Zeitungshändler an der Ecke werden die Mittagsplätze aus der Hand gerissen. Die Schlagzeile der Zeitung geht mit mir die wenigen Häuser zurück. Steigt die zwei Treppen hoch, liegt vor mir auf dem Tisch. Adolf Hitler, Reichskanzler. Das Kabinett ist überstürzt gebildet worden. Hitler ist mit Dr. Frick und Göring drin. Aber Hugenberg, Papen und Reichswehrminister Blomberg sind ihm als Aufpasser mitgegeben. Also keine nationalsozialistische, keine revolutionäre Regierung, obwohl sie Hitlers Namen trägt. Kein drittes Reich, kaum ein zweieinhalbtes. Faschingsstimmung. SA- und SS-Trupps sowie uniformierte Stahlhelm durchziehen die Straßen. Auf den Bürgersteigen staunen sich die Zuschauer. Im und am Kaiserhof tobte ein wahrer Karneval. Der ganze Platz gestopft voll mit Gaffern. An der alten Reichskanzlei stand hinter geschlossenen Fenstern, hoch aufgerichtet, wie eine Figur gehauen aus Marmor der Herr Reichspräsident von Hindenburg. Er sah ganz fabelhaft aus. Zwei Häuser weiter grüßte Adolf Hitler die ihm zujubelnden Massen mit dem Faschistengruß. Es war ein erhebender Anblick. Ganz Berlin auf den Beinen und alle gepackt von dem einzigen nationalen Feuer. Vaterland. Bilder und Gesten, die kein Fotograf festgehalten hat. Männer und Frauen, die den Blick abwenden, wenn die braunen Uniformen vorüberziehen. Die sich beeilen, im Innern der Häuser zu verschwinden. Denen es schwerfällt, ihren Zorn, ihre Ohnmacht, ihren Schmerz oder ihre Angst zu verbergen. Einem jungen Mädchen laufen die Tränen über das Gesicht. Die Umstehenden rücken ab. Nach dem Fackelzug wurden zwei Menschen getötet. Der SA-Sturmführer Maykowski und ein Polizeimann. Die Frühschicht der Siemens-Werke fährt zur Arbeit. Tausende. Das Abteil riecht nach Schweiß und kaltem Rauch. Mit verschlafenen Gesichtern sitzen die Menschen auf den Bänken. Einige lassen die Köpfe hängen. Wir drücken jedem ein Flugblatt in die Hand. Niemand diskutiert. Keine Erregung ist zu spüren. Sie nehmen uns die Flugblätter stumm ab. Einige lesen darin, die meisten stecken sie gleich in die Tasche. Hitler steht an der Spitze einer Regierung, die wir bekämpfen können und müssen. Aber es ist eben eine verfassungsmäßige Regierung. Wenn wir heute einen Generalstreik unternehmen, würde von Seiten der Regierung alles geschehen, um uns die Aktionsfähigkeit zu rauben. Wir haben den Faschismus von der Macht fernzuhalten versucht. Und jetzt muss er von der Macht vertrieben werden. Die braune Uniform der SS beherrscht das Stadtbild. Zahllose Zivilisten tragen das Hakenkreuzabzeichen am Revier ihrer Jacke oder haben wenigstens ein braunes Hemd angezogen. Meine Patienten reden von nichts anderem. Viele sind erfüllt von Freude, viele machen besorgte Gesichter. Einig sind sich alle in den Worten, nun wird es anders. Ich höre, wie sie an ihn glauben, glauben wollen, bereit, ihm zu dienen. Reichstag ist aufgelöst. Die Neuwahlen sollen am 5. März stattfinden. Die Regierung hat die kommunistische Demonstration am Freitag und die SPD-Demonstration im Lustgarten am Sonntag verboten. Die Kommandierenden Generale und Stationschefs wurden nach Berlin befohlen, um Hitler persönlich kennenzulernen. Ich war ihm vor dem Essen vorgestellt worden. Nach dem Essen hielt er eine programmatische Rede. Ziel der Gesamtpolitik allein sei Wiedergewinnung der politischen Macht, Ausrottung des Marxismus mit Stumpf und Stil, straffste autoritäre Staatsführung, Beseitigung des Krebsschadens der Demokratie. Erkämpfung neuer Exportmöglichkeiten, vielleicht und sogar wohl besser Eroberung neuen Lebensraums im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung. Es wurden keine politischen Ziele verkündet, die hätten bedenklich stimmen können. Die Notverordnung wurde heute erlassen. Sie enthält drastische Vorschriften für politische Versammlungen und Demonstrationen und Einschränkungen für die Presse. Überall Zeitungsverbote. Sehr vorsichtiger Ausdrucksweise. Man muss wieder lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. In die preußischen Ressorts ziehen überall Nationalsozialisten ein. Hitler besetzt alle Machtpositionen mit seinen Leuten. Die Innenministerien, Polizei, Schule, Universitäten, Rundfunk. Adolf Hitler machte seine ersten Schritte auf dem diplomatischen Parkett. Jedermann beobachtete ihn. Der ehemalige Gefreite schien sich in seiner neuen Rolle ziemlich unbehaglich zu fühlen. Immer wieder fuhr er mit der Hand nach der Gegend, wo sonst das Uniformkoppel saß. Er zerknüllte sein Taschentuch und ließ regelrechtes Lampenfieber erkennen. Es ist eine schwere Aufgabe, hier an dieser Stelle Bericht zu geben vom Staatsbegräbnis der beiden Toten, die wir lassen mussten. Unser SA-Kameraden Hans Maikowski und den treuen Oberwachtmeister der Schutzpolizei Berlin, Neuritz. Das Staatsbegräbnis für den Nazi-Gangster Maikowski. Maikowski hat im Dezember einen Kommunisten ermordet. In der Nacht auf den 31. Januar wurde er selbst und ein Polizist erschossen. Der Polizist, heißt es, sei ein Anhänger der Linken gewesen. Böwen streben über das Stree. Es ist, als ob das Meer, das deutsche Meer, das im grünen, grauen Bogen unsere weißen Bücken umbrandet und seine Grüße senden wollte. Die beiden stillen Schläfern im Dom. Um Viertel vor zwölf gelang es mir mit Mühe und Not, die Menschenmassen zu durchbrechen und in den Dom zu gelangen. Er war schon bis zum letzten Platz gefüllt. Vorne am Altar standen aufgebahrt die beiden Särge. Ja, der Herr möge diese treuen zwei Seelen zu sich nehmen in seiner Barmherzigkeit. Durch Nacht zum Licht, durch Kampf zur Freiheit. Vor einem Sturm marschiert ein junger deutscher Arbeiter. Aufrecht, stolz. Der Kamerad seiner Kameraden und der Führer seiner Gefolgschaft. Wie all die anderen, die Hunderttausende, geht er vorbei an dem kreisenden Reichspräsidenten und dem jungen Reichskanzler. Das, was er geträumt hatte, das ist Unwildlichkeit. Das junge und das alte Deutschland reichen sich gehände. Der SPD-Vorsitzende Wels erklärte, er habe die Sitzung mit Vertretern der Gewerkschaften einberufen, um zu besprechen, welche letzten Abwehrmaßnahmen zu treffen wären. Aus den Betrieben kämen immerzu Anfragen, zu welchem Zeitpunkt die Arbeit niedergelegt werden solle. Die Diskussion in den Betrieben über die Einheitsfront mit der KPD sei sehr stark. Verhaftungen und Zeitungsverbote mehrten sich. Gewerkschaftsführer Leipat teilte mit, er müsse doch die Frage aufwerfen, welches Ziel wir bei einem Generalstreik stellen könnten. Die Arbeiter, die jetzt noch in Stellung seien, würden jedenfalls befürchten, ihren letzten Arbeitsplatz zu verlieren. Ernas Zustand hat sich wieder verschlimmert. Gestern früh berichtete ich es dem Arzt, der neue Medikamente verschrieb. Für meinen Husten erhielt ich Linderungsmittel, da meine Hausmittel völlig versagten. Erna hat wieder Fieber heute. Heute war nicht so viel auf der Station zu tun. Ich habe nur vier Patienten im Ganzen untersucht. Um sechs ging ich fort und traf mich mit Trude. Dann gingen wir in den Metropalast in der Chausseestraße und sahen uns den Film FP1 Antwortet nicht mit Hans Albers in der Hauptrolle an. Musik 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 Der Film war sehr mäßig. Die große Reklame, die um diesen Film gemacht worden ist, kann ich gar nicht verstehen. Ich versuche zu Hitlers Massenveranstaltungen zu gehen. Es soll um 8 Uhr beginnen, aber als ich um 6 Uhr da bin, sind die Straßen zur Halle schon gesperrt. Ich glaube, man sagt nun nicht zu viel, wenn man behauptet, dass am heutigen Abend mindestens 20 Millionen Menschen in Deutschland und jenseits der deutschen Grenzen die Rede des Reichskanzlers Adolf Hüttlers zu Gehör bekommen werden. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohung und die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, sie sollen sich bieten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das breche Lügenmaul gestoppt werden. Es gelingt mir, eine Eintrittskarte zu bekommen. Mein Platz ist nicht allzu weit von der Redner-Tribüne entfernt. Mit einem Mal stehen alle. Und da ist auch Hitler, der durch ein Tor ganz hinten im Saal seinen Einzug hält. Unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler hat das Wort. Unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler hat das Wort. Unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler hat das Wort. Als er die Stimme anhebt, herrscht tiefe Stille. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der Nationalen Konzentration gebildet. Ich weiß nicht, in welchem Augenblick der Funke übergesprungen ist. Die Tausenden von Menschen sind aufgesprungen, strecken dem Führer die Arme entgegen. Sie lachen, weinen oder sperren den Mund weit auf. Ich sehe meine Nachbarin an. Dicke Schweißtropfen laufen ihr über das Gesicht. Im Saal herrscht eine bösartige Heiterkeit. Und dann kam der Verfall unserer Kultur, diese Welle von Verbestung unseres ganzen kulturellen Lebens. Der Zersetzung unserer Literatur, der Vergiftung unseres Theaters, der Kino, die ganze Kunst. Sie wird nun langsam vernarrt. Millionen unserer deutschen Volksgenossen nehmen gar keinen Anteil mehr. Sie sagen ihnen nichts mehr. Diese Kunst, die nicht aus unserem Volk geboren worden ist, sondern die uns fremd ist und fremd bleiben wird. Die nichts mit deutschem Wesen zu tun hat und nicht aus unserer Seele kam. Sie ist nur durch eine geschäftige Presse unter dem Volk aufoktroyiert worden. Mundgerecht gemacht worden. Gefolgt von seinem Stab macht sich Hitler auf den Weg zum Ausgang. Die Männer sehen angegriffen aus. Die Frauen haben dunkle Ringe um die Augen. Ich beeile mich, wegzukommen. Die Versammlung, der wie Goebbels behauptet, 20 bis 30 Millionen Deutsche an den Lautsprechern lauschen, ist zweifellos ein großer Erfolg für Hitler. Welch ein Instrument der Massenpropaganda ist heute der Rundfunk? Und wie wenig haben Hitlers Gegner bisher damit anzufangen gewusst? Mein liebes Kind, Grippewelle und Heil Hitler beherrschen den Markt. Die Grippe ist schlimm und sonderbarerweise habe ich sie nicht. Das Geschäft plätschert so. Unsere ganze Kundschaft liegt da nieder. Mit der Hitlerberufung gab es einen neuen Schock. Theo sagte mir gestern, dass die ganze Woche kein Druckauftrag hereingekommen sei. Sonst herrscht aber eigentlich Ruhe. In der Sprechstunde sehe ich immer wieder, wie die Patienten unter ihrem Rock das Hakenkreuzabzeichen tragen. Zum ersten Mal ist in meiner Sprechstunde heute über Juden in abfälliger Weise gesprochen worden. Erner Kind geht's besser. Freitag Arztbericht erstattet, Sonnabend Krankenschein erhalten, heute mit Erner ersten Ausgang gemacht. Morgens gegen halb zehn machte ich auf der Abteilung Visite. Um zehn ging ich in die Gnadenkirche, wo der Pfarrer gut predigte. Abends hat Friedl angerufen. Sie wollte mich einmal wiedersehen. So halb und halb habe ich jetzt drei Mädels. Trude, Friedl und Lilli. Doch Trude habe ich bei Weitem am liebsten. Göring räumt auf. Ein Oberpräsident nach dem anderen wird umgekippt. Admiral Levitsov wird zum Berliner Polizeipräsidenten ernannt. Lutze wird Polizeipräsident in Hannover. Und Scheppmann in Dortmund. Die SA wurde mit dem neuesten Modell einer automatischen Pistole ausgerüstet. Und die Polizei ist nun von Göring angewiesen worden, erst zu schießen und dann zu fragen. Polizeibeamte, die von der Schusswaffe Gebrauch machen, werden ohne Rücksicht auf die Folgen von mir gedeckt. Jeder Beamte hat sich stets vor Augen zu halten, dass die Unterlassung einer Maßnahme schwerer wiegt als begangene Fehler in der Ausübung. Osjetzky sollte bei einer Versammlung des Verbandes Deutscher Schriftsteller reden. Erich Mühsam stürzte an unseren Tisch, an dem die Redner saßen, breitete das Abendblatt aus, das gerade erschienen war. Es veröffentlichte Görings Schießerlass. Bei jedem Geräusch an der Tür sahen wir hoch und erwarteten nationale Schüsse. Osjetzky war kein Redner. Er hielt sich am Tisch fest, senkte den Kopf, hob nur wenig die dünne Stimme. Er hatte nichts von einem Volkstribun. Er war auch in dieser Beziehung das Gegenbild des böhmischen Trommlers. Meine Eltern hatten die erste richtige Wohnung in der Bayerischen Straße gemietet und richteten sie nach ihrem Geschmack ein. Topmodern, mit schwarzen Bauhausmöbeln, mit diesen eleganten Stühlen aus Stahlrohr. Mein liebes Kind, die Grippe hat doch zu uns gefunden. Seit vier Tagen liegen Edith und Marta, also stelle man sich vor. Sonntag war ich bei deinem Bruder Werner zu Tisch. Er sieht die politische Situation sehr ernst an und zieht für sich selbst ruinöse Schlüsse. Wäre er jetzt noch in der KPD, würde das für ihn allerdings noch schlechter sein. Trotz kohlschwarzer Aspekte habe ich mich sehr wohl bei ihnen gefühlt und die gefüllten Tauben waren delikat. Zunächst ist ja für die Juden nichts zu fürchten. In Verwaltung und Beamtenschaft gibt es kaum welche und mit Extra-Gesetzen wird es so schnell nicht gehen. Büro, Berlin, Arbeit. Immer noch fehlt das Geld. Die ganze Propaganda stockt. Ich sehe die Sportpalastrede des Führers. Sie ist sehr gelungen. Sie wird uns als Propagandawaffe unentbehrlich sein. Ich erhielt ein Telegramm von Göring, das ungefähr so lautete. Einladung zu einer wichtigen Besprechung in das Palais des Reichstagspräsidenten. Ich fühlte mich verpflichtet, dort hinzugehen und fand etwa 40 bis 50 Vertreter der Wirtschaft und Industrie vor. Hitler erschien dann in Begleitung des Dr. Wagner und begrüßte jeden der Erschienenen mit Handschlag. Nach Hitlers Ansicht bewiesen 6 bis 8 Millionen kommunistische Menschen, in Deutschland, die Gefährlichkeit der Lage. Eine Rettung vor der kommunistischen Gefahr sei nur durch die NSDAP möglich. Er bekannte sich ausdrücklich zu Privateigentum und zum Erbrecht. Nachdem Hitler das Zimmer verlassen hatte, schlug Dr. Schacht der Versammlung die Einrichtung eines Wahlfonds vor. Von, soviel ich mich erinnere, 3 Millionen Reichsmark. Hitler setzt seine Wahlreise fort. In der Wochenschau sehen wir Hitler in Köln, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg, München, in Breslau und Königsberg. Er reist mit seinem Privatflugzeug, den Kopf mit einer Ledermütze gegen Wind und Kälte geschützt. Wir sind mehrere Versammlungen gesprengt worden. Und ein erheblicher Teil der Versammlungsbesucher musste schwer verletzt weggeschafft werden. In Hindenburg ist Genosse Nölting mit knapper Not dem Totschlag entronnen. Bei mir war es in Langenbielau so. Einer meiner Begleiter wurde niedergeschlagen. In Breslau hat es eine große Anzahl von Verwundeten gegeben. Ich bitte, von den mit mir vorgesehenen Versammlungen abzusehen. Mein Diener Friedrich sagte, er müsse von mir fort. Sein Vater, ein alter Beamter und Nazi in Pankow, habe das ihm absolut befohlen, weil in der nächsten Zeit Unangenehmes bei mir zu Hause zu erwarten sei. Der Junge war kreidebleich. Wieland Herzfelde erzählte, dass nach unbezweifelbaren Informationen die Nazis ein gestelltes Attentat auf Hitler planen, dass das Signal zu einem allgemeinen Blutbad geben soll. Seine Information stammt aus der SA in Dortmund und aus einem abgehörten Gespräch zwischen Hitler selbst und Römen. Mit Peter im Zoo. Meine Erholung sind die langen Stelzvögel, die Flamingos und die Kraniche, deren farbiger Duft herrlich ist und die schönste Schönheit enthält, die ich kenne. Oh, welche Köstlichkeit unter einer Sonne zu leben, wo diese Tiere ihre Heimat haben. Man erwartet Besetzung Berlins durch SA. Heinrich Mann an die Riviera abgereist. Thomas Mann ist in Paris. Alfred Kerr in Prag. Sie haben keine Lust, sich von barbarischen Nazis anpöbeln oder gar totschlagen zu lassen. Fast jeden Tag kamen anonyme Briefe, die mühsam den Tod drohten und Telefonanrufe, die ihm sein baldiges Ende voraussagten. Er wollte am 28. in der Früh abfahren. Der Koffer war gepackt, alles stand bereit. Das geplante Attentat hat heute stattgefunden, aber nicht auf Hitler, sondern auf das Reichstagsgebäude. An vier Stellen Feuer. Feuerwehr hat Alarm angeordnet. Plenarsitzungssaal in Flammen. Ferngesprächverbindung unterbrochen. Das ganze Gebäude steht in Flamme. Über dicke Feuerwehrschläuche gelangen wir in die große Wandelhalle. An vielen Stellen wurde Brandstiftung festgestellt. Es besteht kein Zweifel, dass die Kommunisten versuchen, durch Brand und Terror die Macht an sich zu reißen. Kommunistische Funktionäre werden dingfest gemacht. Die SA alarmiert. Als Brandstifter ist ein armer Hascher, ein angeblicher holländischer Kommunist, Marinus van der Lubbe, festgenommen worden. Er soll an mehr als 30 Stellen im Reichstag Brandmaterial verteilt und angesteckt haben. Ich wollte, dass die Arbeiter sich auflehnen gegen die Staatsordnung. Sie sollten denken, dass es ein Symbol für einen gemeinsamen Aufstand ist. Karl kam nach Hause. Meine erste Frage lautete, was machen wir nun? Erstmal schlafen gehen, sagte er. Ich erwiderte, Karl, du musst doch jetzt fliehen. Karl schüttelte den Kopf. Nein, ich warte noch drei Tage. Morgens um fünf Uhr, wir schliefen noch, kamen zwei Berliner Kriminalkommissare, die Erich Mühsam verhafteten. Beim Abschied sagte er mir, liebe Zenzel, es spitzt sich alles zu, diesmal wird es noch bitterer werden. Dann ging er, ruhig wie immer. Karl ging ins Badezimmer, wusch sich, während ich eilig Kaffee kochte und ihm ein Butterbrot machte. Seine letzten Worte waren, Kopf hoch, ich komme bald wieder. Ich ging zum Fenster, wie mit Blei an den Füßen. An der Ecke stand ein Privatwagen. Drei Männer stiegen ein. Karl ging in der Mitte. Dann schoss der Wagen wie ein Pfeil davon. Die Regierung verhaftet seit dem Morgen kommunistische Abgeordnete, Rechtsanwälte, Schriftsteller. Darunter Egon Erwin Kisch, Erich Mühsam, Ludwig Renn, Karl von Osjetzki. Der kommunistische Fraktionsvorsitzende Torgler stellt sich selbst der Polizei. Ihm wird nachgesagt, er sei mit dem Brandstifter gesehen worden. Mir wird eine Person gegenübergestellt, von der mir gesagt wird, dass es sich um den Brandstifter van der Lubbe handle. Ich erkläre, dass ich diese Person niemals gesehen oder gekannt habe. Die Straßenbahn ist dicht besetzt. Die meisten Gesichter sind hinter Zeitungen vergraben. Ich sehe meinen Nachbarn über die Schulter. Verordnung des Reichspräsidenten. Todesstrafe für Hochverrat, Brandstiftung und Anschläge gegen die Regierung, Beschränkung der persönlichen Freiheit, Aufhebung des Brief, Telegrafen und Fernsprechgeheimnisses. Haussuchungen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Göring hat Hunderte oder gar Tausende in ganz Deutschland verhaften lassen. Niemand, den ich gesprochen habe, glaubt an eine kommunistische Brandstiftung. Die Panik im vollen Gange. Der Vorsitzende der KPD, Thälmann, heute in Charlottenburg verhaftet. Meine liebste Mordi, ich befinde mich seit gestern Abend in der Strafanstalt Spandau. Du wirst erfahren haben, dass man meinen gegenwärtigen Zustand schutzhaft nennt. Möglich, dass es sich um eine vorübergehende Maßnahme handelt. Besuche sind einstweil nicht gestattet. Die Nazis führen den Wahlkampf auf sehr beeindruckende Weise. Die riesigen Nazi-Plakate, mit denen die Städte und das Land übersät sind, die zahlreichen braunen Uniformen, die häufigen Paraden der braunen Armee, die Massenversammlungen und die tägliche Ausstrahlung von Wahlreden im Radio erzeugen schon jetzt den Eindruck, als gäbe es nur eine große Partei in Deutschland. Am 5. März, da bläst das deutsche Schicksal zum letzten Male, zum Appell. Und wir wollen die Nacht, wir wollen das Gewölk beiseite schieben, das heute Deutschland umlagert. Und dann, Volksgenossen, versprechen wir, wir wollen euch die Sonne zurückholen. Man befürchtet Pogrome, aber ich glaube nicht recht, dass es dazu kommt. Nichtsdestoweniger ist die Spannung schwer erträglich. Wäre doch der 5. März vorüber. Gott wird wissen, was uns an den nächsten Tagen und Wochen noch Böses bevorsteht. Wir bitten um seine Gnade. Erster warmer Frühlingstag. Herrliches Wetter. Im Wahllokal musste ich etwa eine Viertigstunde anstehen. Vor dem Lokal keine SPD oder KPD. Der Portier Schlöttge hat Hakenkreuzfändchen geflaggt. Neu. 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 Nach der Wahl besichtigten wir das Reichstagsgebäude, dessen Kuppeldach fast fensterlos dasteht. Wochentags finden jetzt Führungen durch die Brandstätte statt. Die Wahlbeteiligung war enorm, das Radio redet von 90 Prozent und vorne sitzen Erichs und Besuch und hören die Ergebnisse. Die jetzige Gesamtzählung der bisher vorliegenden Reichstagswahlergebnisse umfasst etwas über 28 Millionen Stimmen. Davon empfiehlen auf die Nationalsozialisten 12,3 Millionen, das heißt 44 Prozent. Wir saßen in einem Lokal für die Bekanntgabe der Wahlergebnisse. SA-Leute hielten uns die Revolver vor die Brust. Sie zwangen uns in ihr Sturmlokal zu gehen. 3,4 Millionen. Dort wurden wir als kommunistische Säue blutig geschlagen. Dann kamen wir in die SA-Zentrale Hedemannstraße. Man zwang uns, unter Heil-Hitler-Rufen niederzuknien und das Vaterunser zu beten, so dann das Horst Wesseldienst zu singen. Wer nicht augenblicklich gehorchte, wurde bewusstlos geprügelt. Wir mussten uns vollständig ausziehen. Während dieser Vernehmung schlug man ununterbrochen mit der Reitpeitsche auf uns ein. Kommunisten 3,4 Millionen. Das heißt 12,1 Prozent. Ich habe heute Dienst. Wir hatten zwei Aufnahmen, beides Kommunisten, die von den Nationalsozialisten ins Krankenhaus eingeliefert wurden, nachdem man sie ordentlich durchgebläut hatte. Mitleid ist gar nicht am Platze. Es verbreitet sich lähmende Furcht und Willenlosigkeit bis in die Arbeiterbewegung hinein. Es gab Freunde, die offen erklärten, sie empfinden Todesfurcht und dächten an Frau und Kind. Der Wahlsieg der Nationalsozialisten ist kolossal. Das Endergebnis füge ich nebenstehend an. Die Nazis bekommen offenbar mit den Deutschnationalen zusammen eine etwa 51-prozentige Mehrheit. Interessant ist eine Karte im Berliner Tageblatt. Am wenigsten Anhänger haben die Nazis im ganzen Süden des Reiches. Ebenso ungünstig liegt es in Westfalen, Köln, Koblenz, Düsseldorf. Den größten Sieg haben sie im Osten des Reiches errungen. Ostpreußen, Pommern, Schlesien. Aber auch Schleswig und Hannover. Der Reichstagswahlkampf ist bereits liquidiert. Wir haben nicht nur kein Geld verloren, sondern schließen mit einem gewaltigen Überschuss ab. Mein zukünftiges Ministerium wird im Rohbau fertiggestellt. Es wird in fünf große Abteilungen aufgerissen, die das Gebiet des Films, des Theaters, der Presse und des Rundfunks umfassen. Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemand und von uns. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll jetzt zu Wort bekommen. In der Townziehen ist dasselbe Getümmel wie stets. Nur durch die Sammler mit der Hakenkreuzbüchse vermehrt. Ich komme häufig dorthin, da ich mich mit meinen Klatschen am Wittenbergschlauch zu treffen pflege, um dann auf der Silberterrasse im KDW die Ereignisse zu beklagen. Natürlich weiß ich genau, dass es uns noch sehr gut geht, solange wir unbehelligt im KDW beim Käffchen sitzen können. Ein Straßenhändler hat mit Hakenkreuzabzeichen reißenden Absatz. Namentlich viele kleine Jungs kaufen sie und stecken sie sich an. Nachmittags über Saarbrücken nach Paris. Dr. Josef Goebbels ist zum Minister für Volksaufklärung und Propaganda ernannt worden. Von Hitler ist ihm ungeheure Macht in die Hand gegeben worden. Die neue Ausstellung in Berlin, die Frau. Meine Damen und Herren, ich persönlich möchte einen glücklichen Zufall darin sehen, dass meine erste öffentliche Rede nach Übernahme des Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda gerade vor deutschen Frauen gehalten wird. Wenn ich mich auch zu Dreitschges Wort bekenne, dass Männer die Geschichte machen, so vergesse ich dabei doch nicht, dass es die Frauen sind, die unsere Jungen zu Männern erzielen. Schleifend, die sie wirklich zurecht haben, so vergesse ich die sind. Schleifend, die sie Rechte sind. Nach dem Beschluss der Nationalsozialisten sollen wir Juden aus der Justiz ausgeschlossen werden. Dass diese Pläne zur Durchführung kommen, bezweifle ich nicht. In dieser Zeit ist es aber schwer, etwas anderes zu machen. Ins Ausland zu gehen, würde ich bis zuletzt aufschieben. Es ist keine Kleinigkeit aus diesem Land, das man trotz allem liebt zu scheiden. Die Kultur, die Sprache, das Wesen, das sind alles Dinge, die man im anderen Land nicht findet. Bis heute hatte ich gehofft, bald nach Berlin zurückkehren zu können. Heute erhalte ich über den Kurier einen Brief von Roland de Margerie, der dieser Hoffnung ein Ende macht. Götz ist bei ihm gewesen und lässt mir mitteilen, dass er durch einen Sturmführer der SA erfahren habe, dass etwas gegen mich geplant sei. Es würde in Erwägung gezogen, wenn ich nach Deutschland zurückkehre, Schutzhaft zu beantragen. Liebste Mord, ich habe wenig geschrieben, weil ich nichts Besonderes zu vermelden habe. Ein Tag vergeht wie der andere. In der Nacht gegen ein Uhr wurde an meiner Wohnungstür heftig geklingelt und geklopft. Mein Mann schloss die Tür auf. Es traten sechs bis acht Mann herein in SA-Uniform. Es sind alles junge Leute, die mit meinen Kindern zusammen in die Schule gegangen sind. Einer forderte mich mit den Worten auf, ziehen Sie sich an. Die Fahrt ging in die SA-Kaserne. Vorne im Haus befindet sich das Lokal von Demut. Auf dem Hof musste ich aussteigen. Als man meinen Namen nannte, antwortete der dort anwesende Führer, ach Jankowski, die alte fette Sau. Ich musste meinen Mantel ausziehen und mich auf den Tisch legen. Es wurden mir die Röcke hochgehoben und die Schlüpfer mit Gewalt heruntergezogen. Ich erhielt 20 Schläge auf das Gesäß. Wir bekamen der Reihe nach viermal je 20 Schläge. Patient gibt an, am 17. März vom SA-Sturm 27 festgenommen worden zu sein. Er wurde mit Gummiknüppeln und Schulterriemen geschlagen. Stuhlgang und Wasserlassen seit der Inhaftierung nicht erfolgt. Da er über starke Kopfschmerzen und Schmerzen in der Herzgegend und starken Harndrang mit Leibschmerzen klagt, wird er heute Nacht hier eingeliefert. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Tag von Potsdam, große militärische Inszenierung. Eröffnung des Reichstages. Wir hielten vor der St. Peterskirche in Potsdam. Unterwegs gab es eine Panik. Die Kette der Polizei riss. Wir hörten Schmährufe. Pfui-Zentrum. Die Rittung der nationalen Erhebung ist entschlossen, ihre vor dem deutschen Volk übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute hin, vor dem deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden für die Durchführung ihrer Mission. Ich sitze nahe bei Hindenburg und sehe, wie ihm die Tränen in die Augen steigen. Alle erheben sich von ihren Plätzen und bringen dem greisen Feldmarschall, der dem jungen Kanzler seine Hand reicht, jubelnde Huldigung dar. Es war sehr klug von Hitler, sich vor der Tradition zu verbeugen. Sehr schlau auch, den alten Präsidenten hinaus nach Potsdam zu schleppen und dort eine jubelnde Volksmenge auf die Beine zu bringen. Die Regierung plant ein Ermächtigungsgesetz und will es dem Reichstag so schnell wie möglich vorlegen. Es wird praktisch die Verfassung, die Grundrechte, außer Kraft setzen und benötigt eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das ist nur mithilfe des Zentrums möglich. Von heute gibt es nur wenig zu berichten. Es ist augenblicklich wundervolles Wetter, täglich Sonnenschein. Ich hätte große Lust, das Auto wieder anzumelden. Das ist nicht nur auch ein Guck. Was ist nicht nur Mann, das ist ein Bördchen? Was ist nicht nur ein Guck? Was ist nicht nur ein Bördchen? Verkaufel ist es nicht nur ein Bördchen. Was ist es nicht nur ein Guck Department? Vor der Reichstagssitzung war der Platz vor der Krolloper mit schwarzen Menschenhaufen bedeckt. Wilde Sprechchöre empfingen uns. Wir wollen das Ermächtigungsgesetz. Junge Burschen, das Hakenkreuz an der Brust, ließen uns richtig Spießruten laufen und riefen uns Schimpfworte zu wie Zentrumsschwein, Marxistensau. Meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Im Saale sahen wir uns als bald von bewaffneten SS-Männern umstellt. Ob und wie wir aus dieser Halle herauskommen würden, wussten wir nicht. Viele von uns waren schon verhaftet. Solmann lag halbtotgeschlagen im Krankenhaus. Sturm, Sturm, Sturm. Läute die Glocken von Turm zu Turm. Läute die Männer, reise die Buben. Läute die Schläfer aus ihren Stuben. Läute die Mädchen herunter, die stiegen. Läute die Mütter hinweg von den Wiegen. Rönen soll sie und gellen die Luft. Rasen im Donner der Rache. Läute die Toten aus ihrer Krupp. Deutschland, Erbwache. Hitler liest eine lange Programmrede ab. Es ist eine vorsichtige Rede, darauf berechnet, die Katholiken zu gewinnen. Angefangen vom Straßenraub, der Plünderung von Geschäften, Brandstiftung und Eisenbahnfrevel bis zum Attentat. Er hält alles als politische Betätigung im Dienst mit der kommunistischen Idee seine moralische Sanktion. Es wird die oberste Aufgabe der nationalen Regierung sein, diese Erscheinung nicht nur im Interesse Deutschlands, sondern auch des übrigen Europas in unserem Lande restlos auszurotten und zu beseitigen. Während der Rede beteiligte sich Göring an dem Beifall. Von Zeit zu Zeit griff er zu einem Opernglas und musterte die Ränge. Das Zentrum und die Sozialdemokraten machten einen niedergeschlagenen Eindruck. Die letzteren waren sichtlich terrorisiert. Herr Dr. Wirth vom Zentrum kam zu uns herein und sagte verbittert, in seiner Fraktion habe es sich nur noch darum gehandelt, ob man Hitler auch noch den Strick liefern solle, an dem man gehängt würde. Nach Wiederaufnahme der Sitzung verlangte Abgeordnete Wels im Namen der Sozialdemokraten das Wort. Er spricht in einem Ton, als wolle er sich für seine Verteidigungsrede entschuldigen. Ein wenig wie ein Kind, das Schläge abbekommen hat und weitere fürchtet. Seine Rede ist aber gerade in Anbetracht der Umstände sehr ehrenhaft, voll Würde und Mut. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Freiheit und Leben kann man uns nehmen. Als Wels geendet hat, steigt der Führer aufs Podium und gibt ihm eine Antwort. Sie sind wehleidig, meine Herren, und nicht für diese heutige Zeit bestimmt. Sie meinen, dass ihr Stern wieder aufgehen könnte. Meine Herren, der Stern Deutschlands will aufgehen und ihre wird sinken. Nach ihm spricht Prélat Kahrs demütig und ehrerbietig im Namen des Zentrums. Die deutsche Zentrumspartei setzt sich in dieser Stunde, wo alle kleinen und engen Erwägungen schweigen müssen, bewusst und aus nationalem Verantwortungsgefühl über alle parteipolitischen und sonstigen Bedenken hinweg. Das Zentrum und gar die Staatspartei stimmen dem Ermächtigungsgesetz zu. Nur die SPD stimmt dagegen. Jetzt sind wir auch verfassungsmäßig die Herren des Reiches. Der Begriff Dummheit ist zu schwach für die Zustimmung zu diesem Gesetz. Denn ich wusste schon, dass ich dieses Jahr nie mehr aus meiner Lebensgeschichte würde auslöschen können. Untertitelung im Auftrag des WDR Ich gehe langsam durch die Straßen. Es ist schon warm. Die Sonne liegt noch auf den Fensterreihen der Häuser. Auf der Townsendstraße gehen die Fußgänger in dichten Reihen. Die Frauen tragen Frühjahrskleider, viele SS-Offiziere zwischen den Gästen. Hinter den Schaufenstern stehen Schilder. Deutsches Geschäft, deutsche Waren, rein deutsche Wertarbeit. Im Kabinett dankt Hugenberg dem Führer für die Klugheit und Gratlinigkeit seiner Politik. Die Gräuelpropaganda im Ausland macht uns schwer zu schaffen. Die vielen aus Deutschland emigrierten Juden verhetzen das ganze Ausland gegen uns. Göring beschimpfte die Vertreter der Auslandspresse in einer Schroffheit und in einem heftigen Ton, an den sie sich werden gewöhnen müssen. Ausgewählte Journalisten wurden danach zu den Kommunistenführern Thälmann und Torgler sowie zu den Herausgebern der kommunistischen Roten Fahne und der Weltbühne geführt. Thälmann erlaubte nicht fotografiert zu werden und blieb stumm. Als man ihn fragte, ob er Beschwerden hätte über das Essen oder seine Behandlung, schüttelte er den Kopf. Karl von Osiecki verbeugte sich höflich und stellte sich jedem Besucher vor. Es sei keine Anklage gegen ihn erhoben worden, sagte er, und er habe auch nichts Wesentliches zu beanstanden. Er schien seine Situation entspannt zu sehen. Vati hatte seinen 13. Sterbetag. Wir besuchten seine Ruhestätte und schmückten sein Plätzchen mit Narzissen. Nett sah es dort aus. Der Schnee hatte Vatis Kranz und Zweige vom Totenfest her gut konserviert. Seinen Gegenüber, wo im Herbst noch Gräber waren, ist jetzt in eine Baumschule verwandelt. Abends ging ich mit Rude fort. Ich aß erst etwas bei Aschinger zu Abend, dann gingen wir in eine kleine Kneipe in der Schönhauser Allee. Von dort zum Alexanderplatz, wo ich noch mehrere halbe trank. Hierauf fuhren wir zu mir. Eine Nacht heißer Liebe und ein Frühlingstag liegen hinter uns. Bis nachmittags um 5 blieb Rude bei mir. Dann gingen wir essen. Es ist ein wundervoller Frühlingstag, sodass wir noch einen Spaziergang unternahmen. Einschließend hörten wir im Rundfunk La Traviata an. Es ist doch meine liebste Verdi-Oper. Die Musik ist so einschmeichelnd und weich. Mit Rücksicht auf die nationale Umwälzung in Deutschland beschließt der Vorstand grundsätzlich, dass nach Möglichkeit die Verträge der jüdischen Mitarbeiter und Angestellten gelöst werden sollen. Es herrscht Einigkeit darüber, dass der Vertrag mit Scharelle als Regisseur und Drehbuchbearbeiter sofort zur Auflösung gebracht werden muss. Ferner wird beschlossen, den Vertrag mit Erich Pommer zur Auflösung zu bringen. Der Vorstand beschließt, sich von Robert Liebmann zu trennen. Die Frage der Entlassung der jüdischen Büroangestellten soll zunächst zurückgestellt werden. Wir werden gegen die Auslandshetze nur ankommen, wenn wir ihre Urheber, nämlich die in Deutschland lebenden Juden, zu Packen bekommen. Wir müssen zu einem groß angelegten Boykott aller jüdischen Geschäfte schreiten. Bei den Juden entsetzen, aber nicht nur bei ihnen. Der Boykott soll Samstag, 1. April beginnen. Hier in Berlin herrscht Ruhe. Man kann es nicht bestreiten. Es ist noch kein Geschäft geplündert worden. Niemand von uns war Zeuge, dass man auf der Straße oder in den Verkehrsmitteln Juden belästigt oder angepöbelt hätte. Also lassen wir es doch erst mal auf uns zukommen. Heute Morgen, um 10 Uhr, hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Mannessucht und Disziplin unserer Partei und unser Führer. Heil! 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 Die Plakate kleben an den Schaufenstern. Große Aufschriften. Jude. Die Menschen ziehen durch die Straßen, neugierig betrachtend, welche Geschäfte deutsch, welche jüdisch sind. Agitierende Nazis. Heil! 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 i! Father! Aufsicht bei Juden! Juden! Metat Eine Patientin hat angerufen, sie könne heute nicht kommen. Ich sagte, dass es am besten wäre, sie käme überhaupt nicht mehr. Die Menschen sind ein feiges Gesindel. Ich weiß es längst. Liebe Kinder, der gestrige Boykott-Tag ist absolut ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen. Viele Geschäfte machten gar nicht erst auf, die übrigen schlossen bald. Sonst sind alle unseren gesund. Gestern Abend ermunterten wir uns ein bisschen auf. Die Tante Rosa hatte Geburtstag mit Familientratsch, Brötchen, Baiser-Torte und jeder konnte scherzhafte Erlebnisse berichten. Jetzt spricht zu Ihnen der bekannte New Yorker Rundfunkberichterstatter, Mr. Doug Brinkley, über die Gräuelhetze in Amerika. Und Sie, Mr. Brinkley, sind jetzt zu uns gekommen, um sich selbst von den Zuständen im neuen Deutschland zu überzeugen. Ich finde heute herrscht in Deutschland Ruhe und Ordnung. Den Abschluss der diesjährigen Hallensport-Saison in Berlin bildete das große Fest der Berliner Polizei im Sportpalast. Das Mikrofon der Funkstunde Berlin steht jetzt in den frühen Morgenstunden des 5. April in der übelbeläumdetsten Gegend Berlin, die einst die Hochburg des deutschen Bolschewismus war, in der Münz- und Grenadiersstraße. Gerade ist eine größere polizeiliche Aktion eingeleitet. Eine lange, endlos lange Reihe von Polizeiwagen, setzt mit Beamten, Karabinern, Maschinenpistolen, rückt da ran. Die Beamten springen herab von den Wagen, tausen die Straße entlang, gesetzen alles. Auf den Dächern werden Polizeibeamte, Schutzpolizeibeamte postiert, um die Umgebung zu sichern, um Überfälle von Kommunisten und politischen Gegnern zu vermeiden. Die Beamten stürmen die Treppen auf. Achtung, Polizei, aufmachen! Da vor mir stehen zwei große Polizeiwagen. Im einen sind es 10, auf dem anderen nochmal 10, 15 politische Gefangene. Herr Kommissar, warum ist dieser Mann hier festgenommen? Einen Moment, ich kann das nicht so übersehen. Ich werde mir mal seinen Fass geben lassen. Ja? Wie lange bist du in Deutschland jetzt? Seit 27. März 1997. Was machen Sie denn eigentlich Deutschland hier? Ich habe ein Mäbelgeschäft. Kionskirr Platz 4. Ah, aber keine Aufenthaltsgenehmigung? Vor noch 36 Jahre, ich habe mir von Seyrevier gesagt, ich habe es nicht nötig. Was wollen Sie eigentlich in Deutschland hier? Sie meinen, Sie können ja besser Geld verdienen, was? Nein, nein. Sie nehmen deutschen Arbeiter das Brot weg? Nein, nein. Die Aktion ist da an sich, wo sie endet. Die politischen Gefangene sitzen wieder alle, den beiden Polizeiwagen. Die Suchkommandos werden zurückgezogen. Jetzt geht es wieder zurück nach der Friesenstraße. Liebste Mord, ich bitte dich beim Polizeipräsidium, um Sprecherlaubnis nachzusuchen. Mir geht es hier immer noch erträglich. Natürlich sind die Sorgen groß. Es hat keinen Zweck, sich darüber schriftlich zu verbreiten. Ich umarme dich viermals, Dan Karl. Ab Transport über Schlesischen Bahnhof nach Sonnenburg, Ankunft und so weiter. Nacht mit Ossietzki und Litten. Ungefähr um 11 Uhr vormittags kam ich in Sonnenburg an. In dem alten, wegen Baufälligkeit aufgegebenen Zuchthaus waren die politischen Gefangenen untergebracht. Die Besatzung bestand aus SA-Männern. Ungefähr eine Stunde musste ich warten. Mühsam war schrecklich zugerichtet. Ich hatte es schwer, mein Entsetzen vor ihm zu verbergen. Er saß auf einem Stuhl, hatte keine Brille auf, man hatte sie ihm zerbrochen, die Zähne waren ihm eingeschlagen. Der Besuch dauerte nur 16 Minuten und fand unter Aufsicht eines SA-Führers statt. Beim Abschied sagte mir Erich, eins merke dir, Zenzel, ich werde ganz bestimmt niemals feige sein. Auf dem Obersalzberg habe ich mit dem Führer die schwebenden Fragen durchgesprochen. Den 1. Mai werden wir zum Tag der nationalen Arbeit machen. Zu einer grandiosen Demonstration deutschen Volkswillens. Am 2. Mai werden dann die Gewerkschaftshäuser besetzt. Gleichschaltung auch auf diesem Gebiet. Heute wird vor allen Dingen nach der politischen Gesinnung gefragt. Am Abend spielten wir Doppelkopf. Wahrscheinlich werde ich mich in den nächsten Tagen als SA-Arzt melden. Ich würde es brennend gerne werden. Der Reichskanzler Adolf Hitler feiert heute seinen 44. Geburtstag. Er hat kein Kaiserwetter, wie es Kaiser Wilhelm I. und II. hatten. Es regnet seit Ostern. Dabei ist es kalt, 3 Grad, sodass wir heizen müssen. Auf dem Arminiusplatz in Berlin wurde von der SA eine Hitlerlinde gepflanzt. Wir wünschen dem Führer, indem wir ihm die Linde zum Geburtstagsgeschenk machen, dass das Schicksal in dem Vaterlande und dem deutschen Volk noch viele Jahrzehnte erhalten möge. Hitlers Lieblingsblume ist das Edelweiß. Seine NSDAP-Kameraden verkaufen sie zu seiner Ehre. Die Zeitungen sind heute voll von Glückwünschen für den Reichskanzler Adolf Hitler. Je nach Tonart, Charakter und Einstellung der Blätter sind die Nuancen verschieden. In einem aber stimmen alle Darlegungen überein, dass Hitler ein Mann von Format ist. Ein Staatsmann, wie er in Deutschland nur selten festzustellen war, der schon zu seinen Lebzeiten das hohe Glück besitzt und der überwiegenden Mehrheit seines Volkes geachtet, geliebt und, was vielleicht noch wichtiger ist, verstanden zu werden. Die Hitler-Geburtstagsfeier im Funk ist einem wieder etwas auf die Nerven gegangen. Der neue Intendant ist nun an der Arbeit. Die Maßnahmen zum Ausschluss der Juden aus der Verwaltung, aus dem Bereich von Gerichten und Notariaten und aus der Ärzteschaft weiten sich aus. Außerdem sind sie weiterhin Verfolgungen ausgesetzt. In den Krankenhäusern ist es furchtbar. Verdiente Chirurgen haben sie mitten aus der Operation herausgeholt und ihnen das Wiederbetreten des Krankenhauses einfach verboten. Bekannte sind Hals über Kopf auf und davon ins Ausland, weil sie politisch verdächtig waren. Einen kleinen Handkoffer mit Papieren und Briefen erhalten. Brief von Goertz, nachdem mein Diener Friedrich mich bestiehlt und an die Nazis verrät. Manchmal denke ich, dass ich in einem bösen Traum lebe, aus dem ich plötzlich erwachen werde. Die letzten Tage waren schlimm. Dabei geht das Leben doch irgendwie weiter. Ich arbeite, spreche mit Leuten, lese, aber immer ist ein dumpfer Schmerz wie ein dunkler Grundbass mir bewusst. Werner und zu unserem namenlosen Entsetzen auch seine Frau Emmi wurden festgenommen. Wieso? Weshalb? Keine Ahnung. Beide früh um halb sechs von Polizeibeamten verhaftet. Mit der ältesten Tochter hatte die Mutter noch verabredet, dass sie sofort wegfahren soll. Die kleinere Naht ist bei uns. So ist das also. Ich selbst ermangele jeder Fassung. Am Sonntagabend waren meine Geschwister hier und wir saßen herum wie in einem Trauerhaus. Ein Brief an mich vom Magistrat Charlottenburg. Sie werden gebeten, ihre Tätigkeit als leitende Ärztin der Frauen- und Beratungsstelle einzustellen. Aus. Herausgeworfen. Aus. Meine armen Frauen, wem werden sie nun in die Hände fallen? Fast fünf Jahre habe ich diese Stelle geleitet, groß und bekannt gemacht und nun? Aus. Aus. Ich muss es mir immer wieder sagen. Ich kann es kaum fassen. Aus. Als Oberpräsident der Provinz Brandenburg ist es mir eine ganz besondere Freude, meinem Führer, dem deutschen Reichskanzler, heute die Vertreterinnen und Vertreter des besten Kreises der Ostmark, des Kreises Lübben, vorzustellen. Der deutsche Spreewald hat stets treu zu Preußen und zum Reich gestanden. Die Töchter des Spreewaldes freuen sich, heute ihren Führer Adolf Hitler und den neuen Reichskanzler in Berlin begrüßen zu dürfen. Am Nachmittag fuhr ich mit SA-Sturmführer Schmidt und SA-Mann Schütz und Trude hinaus. Wir lagerten uns bei einer Flasche gemütlich im Park. Hier probierten auch beide ihre Waffen aus. Nachdem ich schon ziemlich blau durch den Konjak war, fuhren wir zum Sturmlokal. Die SA-Leute nahmen dann einfach mein Auto und machten Razzien auf Kommunisten. Unter anderem nahmen wir auch einen Juden und eine sehr nett aussehende Jüdin, 18 bis 20 Jahre alt, mit. Dieses arme Mädel saß neben mir hinten im Auto. Sie haben das arme Mädel erst ordentlich verhauen und dann haben sich Schütz und Schmidt unsittlich an ihr vergangen. Meine ersten Aufzeichnungen gelten nächst Gott meinem Ernerkinde, dass am 1. Mai, dem Tag der nationalen Arbeit, ihren dreiwöchigen Urlaub beginnen wird. Von der Mai-Feier berichten die Zeitungen ja märchenhafte Dinge. Besonders von dem Riesenfeuerwerk. Hoffentlich klappt alles gut. Wir veranstalten im Lustgarten und auf dem Tempelhofer Feld eine Art Generalprobe. Nach menschlichem Ermessen wird alles präzise und reibungslos verlaufen. Es wird ein Massenereignis, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Ohne Zweifel hatten alle die, die an diesen Veranstaltungen nicht teilnehmen würden, Maßregelungen zu befürchten. Deshalb wurde den Gewerkschaftsmitgliedern geraten, die offiziellen Veranstaltungen zu besuchen. Es ist angenehm warm. Einige Bewegungen in der Luft lässt die gestrige Spüle vergessen. Aus dem Haus des Lehrers schallt seit dem frühen Morgen der Lautsprecher, Militärmärsche schmetternd. Untertitelung des ZDF, 2020 Morgens sind im Lustgarten die Berliner Kinder aufmarschiert. Wohin man schaut, unter den Linden, im ganzen Lustgarten. Kinder, Kinder, Kinder. Ich rede zu ihnen aus innerstem Herzen heraus. Vor Kindern spricht es sich gut, wenn man Kinderseelen versteht. Erführer! des Volkes, der erfahrenen Träger der deutschen Jugend, Adolf Hitler, Heil! 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 Wir waren beide nicht im Gedränge, sondern hielten uns abseits. Gesehen haben wir nur den Abmarsch der Schuljugend vom Lustgarten herkommend unter den Linden. Dafür sahen wir Dr. Goebbels an uns vorbeifahren. Auf dem Flugplatz empfangen wir die Arbeiterdelegation aus dem ganzen Reich, die im Flugzeug nach Berlin gekommen sind. Mittags sind sie beim Führer zum Essen eingeladen. Den ganzen Nachmittag marschierten Arbeiter, Angestellte, Beamte in Kolonnen dahin. Die Gewerkschaften und Marxisten mit. In den Betrieben wurden sie durch Unterschrift von Listen gezwungen. Wer sich ausschloss, lief Gefahr, die Arbeit zu verlieren. Die Nazi-Obleute haben kontrolliert, ob jeder angetreten war. Unterwegs haben sich viele verdrückt. Manche gingen Zigaretten kaufen, andere hatten plötzlich eine schwache Blase. Auf dem Tempelhofer Feld verschwanden noch mehr Arbeiter. Dort haben überhaupt viele gemohrt, weil sie stundenlang in Staub und Hitze stehen mussten. Gebet kontaktieren. Dort проис? Ich halte wo es wieder komplett lotslos. So richtig. Das ist der코�ダ, State. Der Wettkwete zu dokumentieren und Geier nehmeppen. Der ist dieser Dien Bunde, an dem Rad attachiert habe. Aber da wird uns ausаuchten durch Each Wasser είναι zu finden. Äh, wir Barnpack zusammen mit OURbraritaan. Peki kommt eine W­de. Die offiziellen Persönlichkeiten hatten ihre Plätze auf einer großen Tribüne. Die Ankunft des Reichskanzlers machte, wenigstens von der Tribüne aus gesehen, so wenig Eindruck, dass ich die Anwesenheit des Herrn Hitler nicht bemerkte, bevor er zehn Meter von mir stand. Die Arbeit ist in keiner Form eine Schande, sondern der höchste Adel für jeden, der du sie und mit ihr getreuligt mithilf am Aufbau des gemeinsamen Lebens und damit beidrigt zur Erhaltung der Nation. Der Reichskanzler redete etwas mehr als eine Stunde, ohne dass man sagen kann, dass seine Rede einen besonderen Eindruck machte. Als der Höhepunkt des Festes erreicht wurde, waren die Massen zu müde. Ein neues deutsches Volk in einem Marken deutschem Reich! Am Morgen des 2. Mai rief ich im Haus des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes an, aber niemand nahm ab. Dann versuchte ich es im Metallarbeiterhaus. Das Telefon läutete, aber es gab keine Antwort. Dann versuchte ich es im Gebäude des Gesamtverbands und dort geschah das Gleiche. 15 Minuten später stand ich vor dem Hauptquartier des Gewerkschaftsbundes. Es war auf drei Seiten von SA-Truppen umgeben. Personal und Akten wurden auf Polizeilastwagen verladen. Wir mussten einen Lastwagen besteigen, der uns in die Parochialstraße brachte. Hier wurden wir festgehalten und mussten uns dauernd die übelsten Schmähreden anhören. Stundenlang strömten Neugierige ins Haus, um uns zu begaffen und ihre Nazi-Bemerkungen zu machen. Unter den 50 Verhafteten befinden sich so prominente Gewerkschaftsführer wie Leiphard, Grasmann und der ehemalige Arbeitsminister Wisse. Mit Erna im Zoo. Nett hat man dort alles umgebaut. Viel Spaß machten uns die Kleintiere. Aber auch Roland, der See-Elefant, der diesmal sich in voller Größe auf dem Felsplateau sonnte. Mit Trude zusammen kaufte ich mir die SA-Uniform. Sie kostete gegen 60 Reichsmark. Auch bekam ich heute Nachmittag endlich, endlich die Quittung, dass ich in die NSDAP eingetreten sei. Es kostete 8 Reichsmark. Und ich erwarb von Schmidt eine Parabellumpistole Kaliber 7,65. Ich habe über 90 Reichsmark heute ausgegeben. Für den 10. Mai hat der Büchereiausschuss ein Autodafé beschlossen. Auf dem Platz vor dem Staatstheater sollen mehrere hundert Bücher von etwa 20 Autoren verbrannt werden. Unter den Autoren befinden sich Heinrich Mann, Feuchtwanger, Gläser, Stefan und Arnold Zweig. Hauptsächlich Juden. Aus unserem Verlag, Schalom Asch, Döblin, Bärhofmann, Schnitzler. Schwarze und weiße Listen. Auch die Buchhändler haben welche. Wo führt das hin? Ich kann meinen Mann im Konzentrationslager Sonnenburg besuchen. Verschiedene Frauen, darunter auch Frau von Osjetzki, müssen mit mir in der Wachstube warten. Um uns einzuschüchtern, spielen die SA-Mannschaften in unserer Gegenwart mit ihren Gewehren. Laden und entladen sie krachend. Mein Mann sagt, er werde häufig in der Nacht zum Gaudium der SA überfallen und misshandelt. Meine liebste Mordi, ich bin sehr glücklich, dass ich dich endlich wieder gesehen und gesprochen habe. Ich war in größter Sorge um dich und habe mir deswegen vielerlei Gedanken gemacht. Seit dem Nachmittag schaffen offene, mit Büchern beladene Lastwagen aus allen Stadtteilen heran, was sie an Büchern aus städtischen Bibliotheken und privaten Sammlungen holen konnten. Studenten schwenken Fahnen und singen im Chor Nazi-Lieder. Die Polizei patrouillierte auf dem abgesperrten Platz. In der Mitte befand sich ein Scheiterhaufen. Auf einem speziell errichteten Podium standen Scheinwerfer, Filmkameras und Mikrofone. Dächer und Fenster der umliegenden Gebäude waren ebenfalls vom Publikum besetzt. Die Stimmung war heiter, denn es ist ja Frühling. Hier ist der Deutschland-Sender. Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft, Reich 10, verbrennt zur Stunde Schriften und Bücher der Unmoraluntersetzung. Studenten umringten den Stapel und warfen ihre Fackeln hinein. Die Musik spielte unentwegt weiter. Dann traten 20 Studenten vor. Jeder hatte ein Buch in der Hand und während er es ins Feuer warf, rief er gleichzeitig immer denselben Spruch. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Kautke. Gegen die Patenz und moralischen Verfall, Führstucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kessner. Gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat, Führ, Hingabe von Volk und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sieg und Teuf. Gegen Brechheit und Anmarschung für Achtung und Ehrfurcht von dem unsterblichen selben Volkskreis. Verschlinge Flamme auf die Schriften der Duwalski und Orszewski. Die weißen Blätter der Bücher öffneten sich und flatterten, von den Flammen beleuchtet wie Vögel herunter. Große Traurigkeit ergriff mein Herz. Ich trauerte um die Bücher als sterbende Gegenstände. Ich trauerte um das Volk, das diese Schande auf sich lud. Ich war beschämt, als gaffender Ausländer Zeuge der Schande gewesen zu sein. Langsam erlosch das Feuer. Die Feuerwehr half mit Wasserspritzen nach und die Asche verwandelte sich in Schlamm. Dienst im Staatskrankenhaus. Zunächst ein Polizeigefangener mit Anfall, wahrscheinlich Nierenblutung links. Auf dem Frauenambulatorium lag eine Frau wegen angeblichem Kollaps. Am Abend war Trude bei mir. Wie immer lieb und nett. Aber es hat sich doch eine Wandlung bei ihr vollzogen. Sie drängt jetzt dauernd auf Verlobung, ist vorlaut und unbescheid. Ich weiß gar nicht, was in das Mädel gefahren ist. Die Deutschen feiern den Muttertag. In diesem Jahr soll er den kinderreichen Familien huldigen. Außer der Mutterrolle sind in der nationalsozialistischen Bewegung für die Frau keine weiteren Aufgaben vorgesehen. Die Partei wünscht, dass die deutsche Frau langes Haar trägt, ihr Gesicht nicht pudert, die Lippen nicht schminkt und in den öffentlichen Lokalen nicht raucht. Auf einer Konferenz der Kultusminister der Länder am 9. Mai in Berlin erörterte der Reichsinnenminister Dr. Frick die Grundsätze, nach denen die deutsche Jugend im Dritten Reich erzogen werden soll. Rassenhygiene müsse zum festen Bestandteil des Schulunterrichts werden. Die Vermischung von deutschem Blut mit dem anderer Rassen, insbesondere mit dem jüdischer und farbiger Rassen, müsse um jeden Preis verhindert werden. Frau Weber, Haarfarbe P. Herr Weber. Haarfarbe Q. Haarform 15. Meine lieben Kinder, Werner und Emmi sind noch festgehalten. Beide bis heute nicht einmal vernommen. Also ist man vollkommen machtlos. Ich gehe alle drei Tage ins Präsidium, ohne bisher Sprecherlaubnis erlangt zu haben. Beide haben nicht das Geringste begangen. Und wenn man Werner, weil er Jude ist und weil er sich früher politisch betätigt hat, einsperrt, so ist das haarsträubend. Was aber hat die Frau getan? Es kann doch niemand Interesse daran haben, die Familie zu ruinieren. Der Reichstag soll einberufen werden, um dem Reichskanzler Gelegenheit zu geben, die deutsche Außenpolitik zu erläutern. Der Text der Rede wurde heute veröffentlicht. Die Mehrheit meiner Fraktion meinte, wenn Hitler eine Friedenskundgebung abgeben wolle, dann wäre er auf dem Wege, eine Außenpolitik im Sinne der Sozialdemokratie zu betreiben. Dabei solle man ihn nicht stören. Von den 120 Mitgliedern der SPD-Fraktion waren nur noch 65 anwesend. 48 stimmten für die Teilnahme an der Reichstagssitzung. Ich verließ tief erschüttert das Reichstagsgebäude. Deutschland hat abgerüstet. Es hat alle in dem Friedensvertrag auferlegte Verpflichtungen weit über die Grenzen jeder Billigkeit, ja jeder Vernunft hinaus erfüllt. Deutschland wäre ja auch ohne Weilpress bereit, seine gesamte militärische Einrichtung überhaupt aufzulösen und den kleinen Rest der in verbliebenen Waffen zu zerstören, wenn die anliegenden Nationen ebenso restlos das Gleiche tun. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über diese Entschließung. Unsere Nachbarn zur Rechten, das katholische Zentrum, blickte voll Erwartung auf uns. Wir erhoben uns mit ihnen und stimmten der Erklärung zu. Da brach ein Beifallssturm der anderen Abgeordneten los. Selbst Adolf Hitler schien einen Augenblick bewegt. Er erhob sich und klatschte uns Beifall zu. Dann fingen die deutschen nationalen Abgeordneten das Deutschlandlied zu singen an. Die meisten in unseren Reihen sangen mit. Kollege H. ist tot. Selbstmord. Er hat es nicht ertragen können, dass er nicht als voll anerkannt wird. Ich kann es so gut verstehen. Wahrlich, hätte ich nicht Mann und Kind, ich weiß nicht, was ich täte. Ich schaue in die Zeitung. Fräulein Neppach, eine Tennisspielerin und Jüdin, die ich noch gestern in einer Bar gesehen habe, beging Selbstmord. Auch die Tochter des SPD-Politikers Scheidemann beging mit ihrem Ehemann Selbstmord. Der Bürgermeister irgendeines friesischen Kaffs, ein sozialdemokratischer Abgeordneter aus Hamburg und so weiter und so weiter. Sie alle begingen Selbstmord. Um elf, ich schlief schon, wurde ein Polizeigefangener eingeliefert, der sich aus Angst vor der Festnahme durch die SA die Pulsadern durchzuschneiden versucht hatte. Na, er war so tief nicht gekommen. Meine liebste Mordi, vielen Dank für deine Karte, über die ich mich sehr gefreut habe. Es erleichtert mich, wenn ich weiß, dass sich unser Kind mit den Schwierigkeiten abfindet. Nächsten Sonntag ist Pfingsten. Ihr werdet einsam sein. Ich bin in meinen Gedanken bei euch. Ich bin wie immer dein Karl. Als Osiecki uns auf dem menschenleeren Hof des Konzentrationslagers Sonnenburg entgegenkam, hing seine Arme steif wie bewegungslose Gliedmaßen an seinen Schultern. Das Gesicht war unverletzt, aber der herzzerreißende Ausdruck seiner Gesichtszüge blieb während des kurzen Gesprächs todernst und starr. Auf die schüchterne Frage, wie geht's, antwortete er fast tonlos, es geht, zur Zeit. Abends ist Armand Brand im Uferpalast. Große Festvorstellung, auch Hitler da. Mutter! Ja, zu seinem 16. Geburtstag! Um Gottes Willen, nimm ihn! Ich war in, wurde eine größere Freude zu mir nicht machen können. Ich dachte... Es wird im Film zu viel geredet. Mächtig schneiden. Heil Hitler! Heil! S. Armand Brand gratuliert dem Hitler-Jungen Erich Lohner zu seinem 16. Geburtstag. Sieg Heil! Mir? Mhm. Ui! Mutter! Unser Hitler! Schau! Oh, schön! Heute war Sturmabend. Wir versammelten uns erst alle im Sturmlokal und dann marschierten wir unter Voraustritt der Fahne nach den Musikersälen. Hier wurde nun gesungen, Pistole 08 und Gewehr 98 erklärt. Um halb zwölf war der Abend zu Ende. Ich saß da noch mit Rude bei Zimmermann. Wir saßen bis drei Uhr zusammen, draußen war es schon hell. Musik Die SPD im ganzen Reich verboten. In Bayern Verhaftung von Abgeordneten der Bayerischen Volkspartei, in ganz Süddeutschland Verfolgung der Zentrumsleute, sozialdemokratische Abgeordnete und Funktionäre zahlreich verhaftet. Am Mittwoch, den 21. Juni, fand die Haussuchung und Besetzung unseres Hauses durch die SA statt. Die Haussuchung nahm 20 bis 30 SA-Leute vor. Die SA-Leute hatten sich sofort vor das Telefon gestellt, damit keine Hilfe herbeigeholt werden konnte. Sie haben meinen Mann die Treppe hinuntergestoßen, dabei mit Fußtritten misshandelt und mit dem Revolver bedroht. Ich wurde zum SA-Sturmlokal Demut in der Elisabethstraße gebracht. Dort wurden wir mit Johlen und Brüllen empfangen und erhielten die ersten Schläge. Es ging mit Schlägen und Fußtritten die Holztreppe zum Heuboden hinauf. Wir erhielten der Reihe nach 30 bis 40 Hiebe mit Gummiknüppeln, Stahlruten und anderen Schlagwerkzeugen. Dazwischen schlugen die SA-Leute mit ihren Fäusten auf uns ein. Einige sanken bewusstlos nieder. Mein Schwager Anton Schmaus, den sie auch festnehmen wollten, wehrte sich und feuerte auf die Angreifer mehrere Schüsse ab, wodurch vier von den SA-Männern getroffen wurden. Er stellte sich dem zuständigen Polizeirevier. In Berlin-Köpenick wurden bei Ausübung ihres Dienstes die drei SA-Männer Gläuel, Appel und Klein von einem Sozialdemokraten erschossen. An der Mordstelle häufen sich die Blumen und stehen die Menschen in stillem Gedenken. Im Polizeirevier wurde aus einer Menge von SA-Männern ein Schuss abgegeben, der den Anton Schmaus schwer verletzte. Der Vater des Schmaus hat zweifellos aus Angst vor den Folgen der Tat seines Sohnes Selbstmord durch Erhängen begangen. Die zum Aufhängen verwendete Wäscheleine ist mit einem Messer abgeschnitten worden. In der Küche lag ein blutiges Jackett. Nach dem Bericht der SA soll sich der Tote die Verletzung selbst beigebracht haben infolge eines Tobsuchtsanfalls. Die Angehörigen der Familie wurden gefangen genommen. Meine Schwiegermutter, eine über 50 Jahre alte Frau, wurde blutig geschlagen und misshandelt. Im Beisein von Reichsminister Dr. Goebbels fand eine ergreifende Totenfeier statt. Vom SA-Mann Paul Scherer wurde ein Sack auf der Dame treibend gesehen. Der Sack wurde an Land gezogen. Es befand sich eine männliche Leiche in gekrümmter Stellung darin. Der Oberkörper zeigte zahlreiche Schussverletzungen. Die Leiche soll der SPD-Angehörige Johannes Stelling gewesen sein, früher Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist als vermisst gemeldet. Angeblich wurde er durch SA-Leute zur Vernehmung abgeholt. Trotz aller politischer Wirrnesse bleibt uns doch gottgetreu. Wie reich gibt er uns immer wieder seinen Erntesegen. Frucht auf Frucht reift heran und erfreut unseren Gaumen. Erdbeeren habe ich jetzt jeden Tag beinahe ein Pfund gekauft. Die Deutsch-Nationale Front hat sich von selbst heute aufgelöst. Die Abgeordneten treten geschlossen der NSDAP bei. Reichsminister Hugenberg ist zurückgetreten. Hugenberg half Hitler bei der Zerschlagung der Republik, um ihn vor seinen Karren zu spannen. Aber in seinem blinden Fanatismus übersah er seine eigene Schwäche. Niemand weint. Hugenbergs Rücktritt endgültig. Chef sehr gut zu mir. Ich bekomme Hugenbergs Dienstwohnung. Fabelhaft. Die letzte Kassensprechstunde. Ich habe tapfer durchgehalten. Meine Wohnung gleicht einem blühenden Garten. Abschiedsblumen. Wie das ist, sein eigenes Begräbnis zu erleben. Meine Sprechstundenhilfe ist ganz aufgelöst vor Kummer. Ich schließe mein Kassenbuch ab. Jetzt sind Werner und Emmy aus der sogenannten Schutzhaft entlassen und in Moabit in Untersuchungshaft, die nach Werners Ansicht Monate dauern kann. Werner wurde erst einmal und noch gar nicht eingehen vernommen. Ob Emmy überhaupt schon, weiß ich nicht. Ob es zu einer Anklage kommt, ist ungewiss. Ich fahre übermorgen früh bis zum 15. Juli einschließlich in den Urlaub. Trude war nicht sehr begeistert darüber. Aber was soll sie machen? Am Abend war ich mit ihr im Kino in der Nähe des Rosenthaler Platzes. Es wurde ein Lied für dich gegeben mit Jan Kipura in der Hauptrolle. Ein wirklich gottbegnadeter Sänger. Oh, Madonna, oh, Madonna. Komm,цу Nerisch amfi, ей durchsagen. Oh, tra-la-la-las, tra-la-las, tra-la-la-las, tra-la-las. Erna Kind ist zur Fahnenweiher der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation eingeladen. Obgleich nicht zugehörig, will sie mit ihrer Kollegin daran teilnehmen. Das Kind ist eben festlich gekleidet fortgegangen. Ich gönne dem Mädel herzlichst diese kleine Abwechslung. Zu Hause. Magda da. Ich freue mich. Ich bereiche ihr die Schlüssel zum neuen Haus. Sie ist sehr glücklich. Möbel passen nicht. Das Propagandaministerium hat das Scheinwerferlicht auf den neuen Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, Fritz Todt, gerichtet. Todt ist beauftragt worden, mehrere zehntausend Kilometer Straßen und Autobahnen zu bauen. Woher stammst du? Aus Riesenland. Und du, Kamerad? Aus Schlesien. Von der Wartverkant. Vom Schwarzwald. Aus Räsen. Von der Bonau. Vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk. Ein Führer. Ein Rhein. Wir standen nicht im Schützengraben und nicht im Trommelfeuer der Granaten. Wir sind das reiche junge Mannschaft. Wie ein, zwei lange Mann. Halb sieben Uhr fuhr ich fort. Es war eine wundervolle Reise, Wetter trocken und ziemlich kühl. Der Wagen lief ausgezeichnet. Immer zwischen 40 und 50 Stundenkilometer. Es ging über Magdeburg, Harz, nach Kassel, im ganzen 400 Kilometer, zu denen ich nur elf Stunden brauchte. Heute Expedition nach Falkensee, bei einer Gluthitzesondergleichen. Das erwartete Bad stellte sich als eine ziemlich übervölkerte Freibadestelle heraus. Mit viel Butterbrot, Papier und Kindergeschrei. Baden und Heimwanderung erwiesen sich aber als ganz schön. Obgleich das Wasser lau war wie Spülwasser. FP1, den künstlichen Flugstützpunkt im Ozean, kennen Sie alle aus dem gleichnamigen Umfeldgrundfeld. Das hier ist FP2. Das ist kein Stützpunkt für Flugzeuge, sondern ein Stützpunkt für erholungsbedürftige Großstädter. Er wurde im Wahnsinn bei Berlin für die Sommermonate verankert. Erna Kind hatte nicht viel Freude an dem Fest. Sie hatte sich still an einen Tisch gesetzt und den Vorgängen zugesehen. In den Sälen war es vor Schwüle nicht auszuhalten. Im Übrigen geht die Revolution tapfer vorwärts. Von Paten in Rom hat nun Konkordat mit dem Vatikan fertig. Damit ist das Zentrum ganz schachmatt. Der Reichskanzler hätte es noch vor kurzer Zeit nicht für möglich gehalten, dass der Vatikan bereit sein würde, die Bischöfe auf diesen Staat zu verpflichten. Es wäre zweifellos eine rückhaltlose Anerkennung des derzeitigen Regiments. Der Rücktritt der Deutschen Zentrumspartei vom Schauplatz der politischen Geschichte erfolgt wie seine Geburt vor nunmehr sieben Jahrzehnten unter den Stürmen einer neuen Zeit. Am Neuaufbau des Staates werden sich die ehemaligen Zentrumsleute von niemandem übertreffen lassen. Die Meinung, dass sich bis zum Herbst die Lage der Juden weiter verschlechtert, herrscht hier durchaus. Wir sind überzeugt, dass ein Beruf nach dem anderen verschlossen wird. Allen Beamten wird strikt verboten, bei Juden zu kaufen. Und allen christlichen Rohstofffirmen verboten, an Juden zu verkaufen. Herr Goebbels versicherte im Radio, dass er nicht ruhen werde, bis der letzte Jude raus ist. Wohin aber? Wohin? Mein Mann muss nun auch weg vom Krankenhaus. Ich spüre, wie ihm seine Krankenhaustätigkeit fehlt. Das tut mir noch mehr weh als mein eigener Verlust. Die Kassenpatienten kommen nun täglich zu mir. Wo sollen sie hingehen? Ich rate ihnen weiter, so gut ich kann. Ich gebe ihnen Medizin von meiner Hausapotheke. Aber ich kann ja niemanden krankschreiben. Kein Attest geben. Und sie wollen immer wieder Atteste haben, um nicht in Versammlungen zu Gemeinschaftsabenden gehen zu müssen. Ich kann, darf nicht helfen. Ich habe unsere Familiengrabstätte besucht. Von der Grabstätte sind zwei schwere Bronzeketten geraubt worden. Die marmornen Gedenksteine sind mit Hakenkreuzen beschmiert. Gestern erheischte ein SA-Mann durch wiederholtes Klingeln Gehör, ihm eine Broschüre abzukaufen über Ziel und Zweck des Nationalsozialismus. Die 25 Punkte. Was will unser Führer? Ich wurde den Aufdringlichen nicht los. Ich musste kaufen. Um halb sieben war ich zurück in Berlin. Die Fahrt verlief glatt, ohne jegliche Störung. Ich werde zum 1. August als Polizeimedizinalassessor nach Recklinghausen versetzt. Hurra, hurra. Die arme Trude war sehr bestürzt und sehr traurig, als sie davon hörte. Viele Konferenzen. Nachmittags Chefbesprechung. Die Macht ganz uns. Tempo bestimmen wir. Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen. Erstens. In Deutschland besteht als einzige politische Partei die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Deutscher. Zweitens. Wer es unternimmt, den organisatorischen Zusammenhalt einer anderen politischen Partei aufrecht zu erhalten oder eine neue politische Partei zu bilden, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft. Am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch, heute auch noch lachen. Ich kann Emmy und Werner nun 14 täglich sprechen. Der Anwalt, auf den wir hofften, hat sich nicht wieder gemeldet. Es ist und bleibt ein schreckliches Unglück. Beide ertragen die Haft sehr schwer. Sie sind wie vor den Kopf geschlagen, dass man sie eingesperrt hat. Und die heutige Situation ist ihnen gar nicht aufgegangen. Wir sehen da schwarz und können gar nichts tun. Heute habe ich zum letzten Mal Dienst im Krankenhaus gemacht. Ich muss nur noch überall herumgehen und mich verabschieden. Am Abend gegen 10 Uhr wollte ich mich von Trude verabschieden, aber sie wollte nicht gehen. Wir verlebten eine Nacht so groß und heiß des Glücks, wie seit langer Zeit nicht mehr. Morgens ging es zur Ackerstraße. Trude stieg aus, nachdem sie mich ein letztes Mal geküsst hatte. Sie weinte haltlos und ging langsam von mir. Ich gab ihr noch einen Rat. Wirf dich nicht an Männer hin, die deiner nicht wert sind. Das deutsche Turnfest in Stuttgart fand seinen Höhepunkt in den herrlichen Massenvorführungen auf dem Cannstatter Basen. 200.000 Turner. Deutsche Männer und deutsche Frauen. Die Reichsregierung hat ein für die Zukunft unseres Volkes bedeutungsvolles Gesetz beschlossen. Das Gesetz zur Verhütung Erbkranke nachrüftet. Schon seit Jahrzehnten haben Vererbungswissenschaftler Deutschlands und anderer Länder ihre warnde Stimme erhoben und darauf hingewiesen, dass der fortschreitende Verlust wertvoller Erbmasse und die Zunahme der erbkranken Personen eine schwere Entartung aller Kulturvölker zur Folge haben muss. Diese Erkenntnisse haben auch in Deutschland zur Erörterung von Maßnahmen geführt, die dem drohenden Verfall vorbeugen sollen. Wenn Sie mich nun fragen, worin die Sterilisierung besteht, so kann ich Ihnen daraufhin die beruhigende Erklärung geben, dass es sich dabei um operative Eingriffe handelt, die weder beim Mann noch bei der Frau das Wesen oder das geschlechtliche Empfinden der betreffenden Personen beeinträchtigt sind. Nach Meldungen sollen sich etwa 100.000 politische Gefangene in deutschen Konzentrationslagern befinden. Die meisten der in Deutschland verbliebenen sozialdemokratischen Führer wurden in Konzentrationslager gesteckt. Der Verhaftung von Herrn Löbe, dem langjährigen Reichstagspräsidenten, folgte bald darauf die Verhaftung von Fritz Ebert, dem Sohn des ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik. Nachdem ich zwei Söhne dem Vaterland geopfert habe und auch mein Mann im Dienst an Volk und Vaterland gestorben ist, möchte ich meinen Sohn, der selbst während des ganzen Krieges an der Front gekämpft hat, davor bewahren, der Willkür ausgesetzt zu sein. Meine liebste Mordi, ich bin sehr erleichtert, dass du von unserer Tochter Angenehmens gehört hast und sie sich in ungewohnter Umgebung einrichtet. Ich bitte dich immer wieder, dir keine Sorgen um mich zu machen. Morgens um halb fünf fuhr der kleine rote Opel zum letzten Mal die Scharnhorststraße entlang. Langsam ließ ich das erwachende Berlin hinter mir. Um halb acht kam ich in Recklinghausen an und nahm im Bahnhofshotel Wohnung. Recklinghausen ist nach meinem ersten Eindruck ein fürchterliches Nest. Eine richtige Kleinstadt. Ja, Berlin ist Berlin. Und man hat nicht gewusst, wie schön es dort war. Meine Leute sind fleißig und akkurat. Man kann mit ihnen sehr zufrieden sein. Alle Abteilungen arbeiten fabelhaft. Rundfunk gereinigt. Hier ist der Deutsche Rundfunk, der Begründer der Nationalsozialistischen Rundfunkkammer, der Direktor der Reichsrundfunkgesellschaft, Reichsständeleiter, Parteigenosse Eugen Hadamowski hält eine Ansprache im Sportpalast Berlin. Mit den letzten Vorgängen, die sich innerhalb der Funkhäuser und um den Rundfunk herum abgespielt haben, endet die demokratische Epoche des Rundfunks. Für uns ist kurz gesagt, der Rundfunk, das Heiligtum unseres Volkes und er soll das braune Haus deutschen Geistes werden. Die sozialdemokratischen Führer Ebert und Heilmann sowie die führenden Funktionäre des Rundfunks, Intendant Flesch, Alfred Braun und Dr. Magnus wurden gemeinsam in das Konzentrationslager Oranienburg eingeliefert. Sie wurden gezwungen, sich ihrer Kleider zu entledigen, vor der sie umdrängenden SA. Dann ließ man den sechs Männern den Kopf kahl scheren, wobei man Ebert einen Kranz von Haaren stehen ließ, um ihn besonders lächerlich zu machen. Funkausstellung eröffnet. Großer, würdiger Akt. Ausstellung besichtigt. Man ist erschüttert über die Entwicklung der Technik. Neue Rundfunkapparate ausprobiert. Als Erna gestern Mittag heimkam, brachte sie abermals Trauerkunde mit. 39 Angestellten wurden bis zum 1. Oktober im Amt der Laufpass gegeben. Die Stimmung war natürlich grauenhaft. Umso mehr begrüßte mein Mädel die Mondscheinfahrt ins Blaue, von ihrem Amt ausgeklügelt. Jeder Angestellte wurde bei der Hin- und Rückfahrt namentlich gezählt und notiert. Anderthalb Stunden vor Abfahrt fanden wir alle Plätze besetzt vor. Erners Vorsteher verschaffte uns Klappstühle. Es ging stromaufwärts. Plötzlich flammte die Beleuchtung eines idyllisch gelegenen Lokals auf. Die Nacht verlief ohne Zwischenfälle, mit Kaffee trinken, Bier und Tanz. Ich wagte sogar ein Walzer mit meinem Ernerkind, das mit größter Mühe im Kreis vorzubewegen ist. Sie liebt ihre Schwerfälligkeit wegen des Tanzen nicht. Der Reichsminister des Innern hat im amtlichen Reichsanzeiger eine Liste von 33 Deutschen mit Wohnsitz im Ausland veröffentlicht, denen die Staatsangehörigkeit entzogen wurde. Gleichzeitig mit dem Entzug der Staatsbürgerschaft wurde das Vermögen dieser Personen für beschlagnahmt erklärt. Der Großteil besteht aus Sozialdemokraten, Pazifisten und Kommunisten. Georg Bernhardt, ehemaliger Chefredakteur der Vossischen Zeitung. Leon Feuchtwanger, Schriftsteller. Grzeszinski, ehemaliger sozialdemokratischer Polizeipräsident von Berlin. Dr. Alfred Kerr, Theaterkritiker. Heinrich Mann, Schriftsteller. Scheidemann, der erste sozialdemokratische Reichskanzler. Otto Wels, der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, die ihren Sitz nach Prag verlegt hat. Nach Nürnberg, Luitpoldein. Halle, Zeppelinwiese besichtigt. Alles groß aufgebaut. Aber die Organisation scheint nicht so recht zu klappen. Wilde Frauen wollen den Führer hören. Riesenbetrieb in der Stadt. Es ist gar kein Durchkommen. Ich flüchte ins Hotel und schreibe meine Rede noch einmal um. In der Judenfrage abgemildert. Aus außenpolitischen Gründen. Eröffnung, Kongress. Mein Führer, herzlichst willkommen in dieser urdeutschen Stadt. Es redet gut. Ich eröffne den Kongress des fünften Reichsparteitages der NSDAP. Ich eröffne den Kongress des Sieges. Alles sehr eindrucksvoll. Vor allem die Verlesung der Totenliste. Henry Mann berichtete von einer Unterredung mit dem Kanzler. In der Judenfrage sei Hitler ein Fanatiker. Er hat von internationalen Beziehungen keine Ahnung. Er betrachte sich als deutschen Messias. Die amtlichen Filme vom diesjährigen Nürnberger Parteitag werden Leni Riefenstahls Namen tragen. Es heißt, sie steht in der Gunst Hitlers. Die Festklänge von Nürnberg sind verklungen. Die SA-Leute aus Erners Amt erzählen von ihren Erlebnissen. Das Reisegeld musste jeder Teilnehmer selbst aufbringen. Unterkunft auf Strohlager und Verpflegung wurden gewährt. Todmüde kehrten fast alle heim, um die schmerzenden Glieder vom endlosen Stillstehen und Marschieren in Ordnung zu bringen. Wir hatten in Oranienburg unseren zweiten Toten. Den 31-jährigen Arbeiter Sens aus Zerbst. Ich kann bezeugen, dass dieser vollkommen gesund gewesene kräftige Arbeitersportler vom Sturmbannführer Krüger und zwei SA-Männern mit Gummiknüppeln zu Tode geschlagen worden ist. Mein Mann wurde am 8. September in das Konzentrationslager Oranienburg transportiert. Prächtige Spätsummertage. Erna musste ausspannen wegen heftiger Erkältung. Ich packte sie im Bett gehörig ein und ließ sie die Krankheit ausschwitzen. Gestern durfte sie mit mir einige Stunden Sonnenbaden. Weiter spazierten wir in den Kleintiergarten des Zoos. Hier nun verlor mein Kind alle Schmerze im Anblick der reizenden Tierkinder. Junge Löwen erfreuten alle Zuschauer. Liebste Mordi, hoffentlich geht es dir gut. Von mir ist nichts zu berichten, es geht mir gut. Schick mir bitte drei Briefmarken A12 Pfennig. Grüße unser Baby viermals. Osjetzki war krank. Die Lagerleitung ließ ihn nicht untersuchen. Von seiner Tochter erhielt er eine Postkarte aus England, aus der hervorging, dass sie sich freute, nicht mehr in Deutschland zu sein. Darauf wurde Osjetzki in die Wachstube geholt und durch den Truppführer Adrian Roh verprügelt, weil er seine Tochter schlecht erzogen habe. Der Reichstagsbrandprozess hat begonnen. Für den Unkundigen ist aus ihm bisher nur zu entnehmen, dass einige Idioten aus Geltungstrieb oder Gott weiß welchen Motiven Brandstifter gespielt haben. Kein Mensch von einigem Verstande kann, ganz gleich wie er zur KPD steht, auf die Idee kommen, dass gerade diese Leute so hirnverbrannt gewesen seien. Es sind aus der Untersuchungsdacht vorgeführt, die Angeklagten... Anna Lebbe, Anna Lebbe, Maurer, Marinus. Angestellte Ernst Torgler, früher Mitglied des Reichstages. Der Schriftsteller Georgi Dimitrov, der Student Trager Popoff, Ich beschuldige die Angeklagten, es gemeinschaftlich unternommen zu haben. A. Die Verfassung des Deutschen Reiches gewaltsam zu verändern und B. Vorsätzlich das Reichstagsgebäude in Brand gesetzt zu haben. Torgler sah gespenstisch aus. Sein Gesicht hatte eine grünlich-graue Gefängnisfarbe. Er war angespannt, verängstigt, nervlich am Ende. Die Bulgaren wirkten zäh, hart und gleichgültig. Van der Lubbe bot einen so schrecklichen Anblick, wie ich ihn nie zuvor bei einem Menschen gesehen hatte. Er saß bewegungslos da. Sein Kopf und seine Hände hingen zwischen seinen Knien. Entweder war er in Trance oder mit Drogen vollgestopft. Speichel schien ihm aus dem Mund zu tropfen. Dr. Todt führte aus, dass der Bau zweier Autobahnen begonnen werden solle. Jede Bahn werde eine Länge von 100 Kilometern haben. Der Reichskanzler brachte zum Ausdruck, dass die Strecke Frankfurt am Main Heidelberg in schneller Arbeit hergestellt werden müsse. Auch die Reichswehr erkenne allmählich die Bedeutung der Autobahnen an. 720 Arbeiter sind angetreten, auf Ihren Befehlen arbeiten zu begillten. Achtung, Achtung, es übergibt jetzt der Vorsitzende des Vorstandes der Reichsautobahnen, Dr. Dortmüller, dem Führer einen Spaten. Schutz und Raum unseres Vaterlandes. Abrüstungskonferenz, ins Flugzeug zum Völkerbund, herrlicher Flug. In drei Stunden Genf, deprimierend, eine Totenversammlung. Parlamentarismus der Nation, nur interessant die Menschen zu sehen. Sir Simon, englischer Außenminister, hoch und imposant. Paul Boncure, Bibler-Passeur. Franzose und Literat, kein Kerl. Wie haushoch wir Deutschen doch überlegen sind. Die Abrüstungsgespräche sind aktiv fortgesetzt worden. Vier Jahre lang soll kein Land das Kriegsmaterial erhöhen. Die Deutschen fordern, dass ihnen alle Waffentypen zugestanden werden, die andere Armeen auch haben. Großer Presseempfang, 300 Vertreter. Ganz kühl Empfang. Ich rede und habe einen meiner besten Tage. Ich bin der festen Überzeugung. Der Frieden in Europa muss erhalten bleiben. Käme ein Krieg, er wäre das größte Unglück für die Welt. Deshalb wird es das Bestreben der deutschen Regierung sein, den Frieden auf jeden Fall zu erhalten, um den Völkern ihre Sorgen, ihre Nöte und ihre Arbeitslosigkeit abnehmen zu können. Durchschlagender Erfolg. Wir sind mit dem Mikrofon nach Voranienburg hinausgewandert und wollen nun versuchen, Ihnen und der Welt die Wahrheit, ein Spiegelbild des Lebens, aller Vorgänge im dortigen Konzentrationslager zu gewährt zu bringen. Wir haben die Pflicht und die Aufgabe von unseren Hörerinnen und Hörern und der ganzen Welt zu beweisen, dass wir Nationalsozialisten nichts verheimlichen und nichts vertustet und beschönigen. In diesem Konzentrationslager in Oranienburg befinden sich prominente Führer der SPD- und KPP-Funktionäre. Besonders stark fühlte sich Sturmbahnführer Krüger aus Trebin. Andere, die Freude meistens! Wenn Besuch kam und er uns vorführen konnte. Wie der aufgeblasene Dompteur eines kleinen Wanderzirkus stelzte er dann im Lager herum, zitierte alle Prominenten des Lagers zu sich und führte sie dem Besuch gegenüber vor. Wir befinden uns in der Essen-Ausgabe. Wir haben hier einen großen Fessel in dem Fessel viele, viele Liter Essen. Gerade drüber ist ein Tisch mit großen Broten und nach der Größe zu urteilen kann jeder schon allein an dem Brot satt werden. Der Lagerkommandant steht neben mir und wir wollen ihn nun bitten einen Häftling heranzuholen damit er Ihnen Sörerinnen und Sörer der Welt erklären kann wie er hier verpflegt wird. Kommen Sie mal her. Wie heißen Sie? Söte. Sind Sie Kommunist gewesen? Wohl. Was haben Sie jetzt für eine Erbsensuppe hier? Erbsensuppe. Erbsensuppe. Ist das Wohl oder mit? Ein Lagerkommandant. Mit Speck? Speck. Werden Sie davon satt? Wohl. Was meinen Sie wohl, was wir Nationalsozialisten zu Essen gekriegt hätten, wenn ihr Kommunisten am Ruder genießen würdet? Wir können, soweit unser Auge schreibt, nichts entdecken als Ordnung und Sauberkeit. Ich glaube, es ist wohl keiner hier unzufrieden, dem diese Erbsensuppe nicht schmecken sollte mit Speckbeilage. Mühsam erhielt Faustschläge in die Nieren, man bearbeitete ihn mit Fußtritten, riss ihn an Bart und Kopfhaaren und zwang ihn, schmutziges Scheuerwasser mit der Zunge aufzulecken. Blut überströmt, erschöpft und ermattet, musste mühsam vier Treppen im Galopp hinauf und hinunter laufen. Fünfmal, wobei sie aus Leibeskräften mit Fäusten, Besen und Füßen auf ihn einschlugen und traten. Mir wird telefoniert, dass Deutschland die Abrüstungskonferenz in Genf verlässt und aus dem Völkermund austritt. Ein hohes Spiel. Das Ausland spricht über den Austritt Deutschlands aus dem Völkermund und der Abrüstungskommission zum Teil so, als ob damit eine außerordentlich gespannte Situation geschaffen werden könne. Wir fordern gleiche Berechtigung und wir weigern uns von vornherein mit dem Akel der Ehrlosigkeit beharften zu lassen. Es weiß doch niemand, dass das deutsche Volk geschlossen hinter der nationalsozialistischen Regierung steht, Herr Minister. Punkt 12 ging ich heute zu einer Unterredung mit Hitler. Ich schritt eine breite Treppe hinauf und an jeder Wendung standen Nazi-Soldatenwache, welche die Hand zum faschistischen Gruß erhoben. Adolf Hitler erschien in einem einfachen Straßenanzug. Ich gewann den Eindruck, dass er kriegswütig und sehr selbstbewusst ist. Die Stimmung in Deutschland unter uns Juden ist furchtbar gedrückt. Nun sie aus dem Völkerbund ausgetreten sind, fürchtet man, dass sie sich gar keine Beschränkung mehr auferlegen werden. Pläbiszit- und Reichstagswahl am 12. November, um einen neuen, rein nationalsozialistischen Reichstag zu bekommen. Nun gehen die Versammlungen, Aufmärsche, Ministerreden wieder los. Heute das Fest der Handwerke. Sie hatten sich an allen Punkten der Außenstadt gesammelt und zogen in endlosen Reihen durch das Brandenburger Tor nach dem Lustgarten. Jede Innung hatte einen mit Blumen geschmückten Wagen. Im Uferkino sahen wir den Film Hitlerjunge Quecks. Ein vorzüglicher Film mit äußerst diplomatischer Finesse ausgeführt. Sing doch die Nazis, Mensch. Du hast das gelernt, was? Nun lass doch den Jungen, ja, der wird es einfach aufgestattet. Alter, du, wenn hier was gesungen wird, dann singste. Völker hört die Signale auf zum Letzten. Kannst du nicht singt, doch. Da wird dir beibringt, doch. Völker, Entschuldigung. Völker hört die Signale. Die Signale auf zum Letzten. Gefecht. Die Pausen wurden ausgefüllt mit Sammlung für die Winterhilfe durch kleine Hitlerjungen. Gefecht. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Der Wahlkampf für die Reichstagswahl und die Volksabstimmung am 12. November hat mit großer Vehemenz begonnen. Du deutsches Volk, wirst am 12. November 1933 dich in diese letzte große Front des Deutschrums im Kampf um Frieden, Wahrheit und Freiheit sammeln. Ergebnis der Abstimmung soll sein, unserem Führer der Welt gegenüber die Einheit der Nation als Rückhalt seines großen geschichtlichen Kampfes zur Verfügung zu stellen. Im Arbeitsamt wurden an die Angestellten Einlasskarten für Versammlungen verkauft. Alle sollen geschlossen hinter Hitler gehen und am Wahltage mit Ja für Hitler stimmen. Wer am 12. November diese Front nicht teilt, würde sich ja zum Parat an der deutschen Sache beziehen. Man ist oft bei völliger Ausgepumptheit und Leere hoffnungslos. Der Reichstagsbrandprozess freilich nimmt einen erfrischenden Verlauf. Aus der Tagesordnung steht heute die Vernehmung des Herrn Ministerpräsidenten und Reichstagspräsidenten Göring als Zeugen. Göring took the start. Göring betrat den Zeugenstand. Riesig, dick, mit vorquellendem Bauch und herabhängenden Wangen. Pompös und doch etwas nervös. Ich habe mich selbstverständlich als Minister nicht auf die Spuren eisen, wie ein Detektiv zu begeben. Er hatte seine Stimme nicht unter Kontrolle und seine Gesten waren melodramatisch. Dimitrov unterbrach ihn mehrere Male, was bei Göring einen Wutanfall auslöste. Dimitrov begann mit tödlichem Sarkasmus so viel zu enthüllen, dass Göring ihn anschrie, aufzuhören. Haben Sie ernst von dieser Frage, Herr Ministerpräsident? Ich bin ernst von dieser Frage, Herr Ministerpräsident. Haben Sie ernst von dieser Frage, Herr Ministerpräsident? Ich staune das nicht! Erich und Edith haben Werners besucht am letzten Sprechtag und mir geschrieben, dass noch nichts vorwärts geht in der Sache. Und jetzt sitzen sie bald sieben Monate. Emi ist so dünn wie ein Zwirnsfaden. Aus ihrer Firma ist der jüdische Teilhaber ausgeschieden. Sie sind ein Steuerbüro, das man gleichgeschaltet hat. Sicher werden wir auch den Druckauftrag verlieren. Wir drucken seit Jahren ihre Steuerberichte. Es macht mir große Sorge, was werden soll, wenn ein Kunde nach dem anderen im Strudel verschwindet und Theo schließlich nur noch einen Haufen Trümmer aus unserem so blühenden Geschäft besieht. Unser zehnjähriger Hochzeitstag. Unser Tisch ist geschmückt mit zartrosa Chrysanthemen wie einst. Auf die nächsten zehn Jahre, sagt mein Mann, und ich fühle mein Herz erbeben. Sie haben mir meine ruhige Sicherheit, den Frieden meines Hauses genommen. Sie haben mich zu erniedrigen versucht. Sie haben mir den besten Teil meiner Arbeit genommen. Heute Morgen lagerten über dem Wald und den Wiesen Nebel. Mittags in Spandau nahm ich Gelegenheit, in einem kleinen Café Hitlers Rede zu hören. Hitler wollte in den Siemens-Werken sprechen. Vor einem Radiogeschäft steht eine Menschenmenge. Ich stelle mich dazu. Über der Tür ist ein Großlautsprecher angebracht. Die Übertragung begann mit Maschinenrattern, Lokomotivengeschnauf, Lärm von Ketten und Hämmern. Nach einer Weile kündigte sich das Nahen des Führers an durch Heilrufe. Der Eindruck war im Augenblick überwältigend, von einer unerhört dramatischen Wucht. Dann kam eine Stimme mit dem Klang eines von Schnaps verbrannten Basses. Alles gelassen, von Gelassenen, meine deutschen Arbeiter. Wenn ich heute... Unsicher, schwankend, zuweilend sich zu einem beängstigenden Kreischen steigernd. Dann wieder absinkend, atemholend, grauenhaft röchelnd. Spreche, da habe ich mehr Recht dazu als irgendein anderer. Ein erschreckendes Gemisch von Wut, Flehen, Triumph und Besessenheit. Vielleicht wird man guter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Sie sind... Im Ganzen hochgradig abstoßend. Es ist lächerlich, grauenvoll und rührend in einem. Weil ich es nicht mehr aushielt, habe ich das Café verlassen. Die Straßen waren so gut wie leer. An manchen Ecken und Hauseingängen, wo ein Lautsprecher zu hören war, Gruppen eng zusammengedrängter Menschen. Auf den Gesichtern nicht Begeisterung. Eher ein dumpfer Ernst, wie eine Ahnung von Gefahr. Wahlsonntag. Das Wahllokal ist in einer Kneipe. Die Menschen stehen in langen Schlangen davor. An Tischen der Wahlvorstand. Die Männer tragen nationalsozialistische Abzeichen. Hinter dem Vorhang machen die Wähler ihre Kreuze. Zwei Meter entfernt stehen die beiden SA-Leute. Der Konsul in Stuttgart gibt an, dass von 4 bis 6 Uhr nachmittags uniformierte Nationalsozialisten die Häuser von säumigen Wählern aufsuchten, die praktisch gezwungen wurden, zur Wahl zu gehen. Das gleiche Vorgehen wird vom Konsul in Breslau berichtet. Anliegend in der BZ am Mittag das endgültige Wahlresultat. Wozu brauche ich da noch meinen Senf hinzugeben? Wahlbeteiligung bei über 90 Prozent. Rund 10 Prozent wagten ablehnen zu stimmen. Die Reichskulturkammer wurde in einem eindrucksvollen Festakt konstituiert. Die Mitgliedschaft ist obligatorisch für alle geistigen Arbeiter. Das Theater, die Literatur, die bildenden Künste und sogar die Musik sollen nun den Zielen und Idealen der Nazis untergeordnet werden. Mein Führer, meine Damen und Herren, die Revolution, die wir gemacht haben, ist eine totale. Niemand befiehlt, dass die neue Gesinnung über die Bühne oder Leinewand marschiere. Wo sie aber darüber marschiert, da müssen wir eifersüchtig dafür sorgen, dass sie auch in ihrer künstlerischen Formung der Größe des historischen Prozesses entspricht, den wir in der deutschen Revolution durchgeführt haben. Ich weiß nicht, was man sich unter einer Reichskulturkammer vorstellen soll. Vielleicht eine Meistersingerei oder dergleichen. Was hat Kultur damit zu tun? Heute erhielten alle Hausbewohner einen Ausfüllbogen vom Luftschirm. Wir sollen die Dachböden räumen, von allem Gerümpel etc. Aber wohin mit unseren Reisekörben und Koffern, die wir doch nötig gebrauchen? Der Reichsminister des Inneren trug den Inhalt des Gesetzes zur Einheit von Partei und Staat vor. Nach dem Sieg der Nationalsozialistischen Revolution sei die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei mit dem Staat unlöslich verbunden. Zur Gewährleistung engster Zusammenarbeit würden der Stellvertreter des Führers und der Chef der SA Mitglieder der Reichsregierung. Der französische Botschafter sagte, die Ernennung von Hess und Röhm sei wohl ein weiterer Schritt in Richtung Totalisierung des Staates. Unter der sicheren Leitung der Filmschauspielerin Leni Riefenstahl ist mit Sieg des Glaubens ein Dokument unserer Zeit entstanden. Gigantisch die Aufnahmen der Begrüßung des Führers durch Deutschlands Jugend auf dem Reichsparteitag, Kernstück und Krönung des Films. Meine deutsche Jungen, ihr, meine Jungens, ihr seid die lebenden Garanten. Ihr seid das lebende Deutschland der Zukunft. Ihr seid Blut von uns, Fleisch von uns, Geist von uns. Ihr seid unseres Volkes weiterlebend. Weiterlebend. Es lebe unser Deutschland und seine in euch fliegende Zukunft. Deutschland heil! Heil! Weitere Einzelheiten über die Pläne der Regierung, die Freizeit der deutschen Arbeiter zu organisieren, sind jetzt bekannt geworden. Die Bewegung wird Kraft durch Freude heißen. Es handelt sich darum, den Feiertag zu organisieren. Und zwar von der Erkenntnis ausgehen, dass ein Staat, der wirklich mit dem Volke identisch und verbunden ist, das Volk niemals sich allein überlassen soll. Sondern dass der Staat nicht nur die Arbeit, sondern auch den Feiertag organisieren muss. Ich habe die verschiedenen Ämter für freiwillige Wohltätigkeit, die ich seit Jahren inne hatte, aufgegeben. Ich beschränke meine Wohltätigkeitsarbeit von nun an auf die Unterdrückten. Alle Wohltätigkeitsorganisationen, einschließlich des Roten Kreuzes und der Winterhilfe, in denen wir seit Jahren gearbeitet haben, unterstehen jetzt staatlicher Kontrolle. Gestern am 12. Dezember 1933 wurde ich 60 Jahre alt. Wie gnädig und sicher hat mich Gott durch alle Trauer und Trübsal geführt. Ihm sei Lob und Dank für seine Vater Goethe. Die Spannung über den Ausgang des Reichstagsprozesses ist in allen Kreisen der Bevölkerung auf das Höchste gestiegen. Die Menschen holen sich die Berichte über den Prozess aus den ausländischen Zeitungen. In den Cafés gehen sie von Hand zu Hand. Es scheint kaum möglich, dass das Gericht, Torgler und die Bulgaren wegen tatsächlicher Mitschuld am Brand verurteilen kann. Die Angetragten wollen sich erheben. Im Namen des Reiches verkündige ich folgendes Urteil. Die Angetragten, Torgler, die Mieter, Popov und Panis werden freigesprochen. Der Angetragte von der Lippe wird wegen Hochverrat in Tateinheit mit aufrührerischer Brandstiftung und Versuch bei einfacher Brandstiftung zum Tode und dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilen. Das ist der Urteil. Das ist der Urteil. Der Urteil. Der Urteil. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine liebe Mordi, Wäsche und warme Sachen habe ich genug. Schicke mir nichts mehr davon. Nur gelegentlich ein paar essbare Kleinigkeiten und häufiger etwas Tabak. Alles Gute für das neue Jahr, mein Kind. Möge es uns bald wieder alle zusammen sehen. Ich umarme dich. Dein Karl. Karl von Osjetzky wird nach internationalen Protesten 1936 aus der Haft entlassen und erhält den Friedensnobelpreis. Er stirbt zwei Jahre später, von der Außenwelt isoliert, an den Folgen von Haft und Folter. Er wird 48 Jahre alt. Erich Müsam wird 1934 im Konzentrationslager Oranienburg ermordet. Er wird 56 Jahre alt. Clara Brause verstirbt 1936 mit 63 Jahren. Das weitere Schicksal ihrer Tochter Erna ist unbekannt. Willi Lindenborn tritt 1936 der Wehrmacht bei, wird Stabsarzt und nimmt am Zweiten Weltkrieg teil, den er überlebt. Sein letzter Tagebucheintrag datiert von 1975. Emmi Scholem wird 1934 aus der Haft entlassen und kann mit den beiden Kindern nach England fliehen. Werner Scholem wird 1940 im KZ Buchenwald ermordet. Betty Scholem flieht 1939 nach Australien und stirbt dort 1946. Berlin soll im Dritten Reich zur Welthauptstadt Germania werden und tausend Jahre bestehen. Nach zwölf Jahren liegt die Stadt in Schutt und Asche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Berlin soll im Dritten Reich sein.